Erstes Buch 1-5 Von der Gnade an den Kaiser Nero de Clemencia Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Von der Gnade Von Lucius Aneus Seneca Übersetzt von J. Moser Erstes Buch 1-5 Über die Gnade Kaiser Nero habe ich mich zu schreiben entschlossen, um dir wie statt eines Spiegels zu dienen Und dich dir selbst zu zeigen, wie du auf dem Wege bist, den allerhöchsten Genuß zu erringen. Denn obgleich der wahre Segen edler Taten darin liegt, dass man sie getan hat und es keinen würdigen Preis für die Tugenden gibt außer ihnen selbst, So gewährt es doch Vergnügen in das Bewusstsein des Guten hineinzuschauen und es von allen Seiten zu erforschen. Danach aber seinen Blick zu richten auf diese unermessliche, zwieträchtige, unruhige, leidenschaftliche Volksmenge, Die, wenn sie dies Joch zerbräche, sich selbst und andere gleichermaßen ins Verderben stürzen würde Und also bei sich selbst zu sprechen, ich bin unter allen Sterblichen gefällig gewesen Und erkoren worden, der Götterstelle auf Erden zu vertreten. Ich, den Völkern ein Schiedsrichter zu sein, über Leben und Tod, Welch ein Los und Zustand einem jeglichen zukommen soll, In meine Hand ist's gelegt. Was das Geschick einem jeden der Sterblichen zugeteilt wissen will, Das spricht es durch meinen Mund aus. Ich bin das Orakel, aus dessen Spruch Völker und Städte die Ursachen ihres Jubels schöpfen. Nirgendwo ist jemals gedeihen, außer mit meinem Willen Und meiner Vergünstigung. Diese viertausend Schwerter, die mein Friede in die Scheide steckt, Werden auf einen Wink von mir entblößt werden. Welche Nationen mit der Wurzel ausgerottet, Welche in andere Länder versetzt, Welchen die Freiheit gegeben, Welchen sie genommen, Welche Könige Sklaven werden, Um welcher Haupt der Königsschmuck gewunden werden müsse, Welche Städte fallen, Welche entstehen sollen, Darüber gebietet mein Zepter. Bei dieser so großen Machtvollkommenheit Hat mich nicht Leidenschaftlichkeit Zu unbilligen Bestrafungen verleitet, Nicht jugendliche Hitze, Nicht der Menschenverblendung und Trotz, Wodurch oft, auch den ruhigsten Gemütern, Die Geduld entwunden ward. Nicht die schreckliche, Aber bei großer Herrschaft Nicht seltene Sucht, Durch eine Schreckensregierung Berühmt zu werden. Eingesteckt, ja gefesselt, Liegt bei mir das Schwert, Zu höchster Schonung Auch des geringsten Blutes. Ein jeglicher, Wenn ihn auch sonst nichts empfiehlt, Er steht bei mir in Gunst, Weil er den Namen Mensch trägt. Die Strenge ist bei mir weit weggelegt, Die Gnade bei der Hand. Ich wache so über mich, Als ob ich den Gesetzen, Die ich aus Rost und Dunkel Ans Licht gerufen, Rechenschaft zu geben hätte. Bei dem einen rührt mich die Tugend, Bei dem anderen das Alter, Dem einen erweise ich eine Wohltat, Da ich ihn in Würden setze, Dem anderen, Da ich ihn in niedrigem Stande lasse. Wo ich keinen Grund Zur Barmherzigkeit auffinde, Lasse ich Schonung eintreten, Mir selbst zu lieb. Heute noch bin ich bereit, Den unsterblichen Göttern, So sie Rechenschaft von mir fordern, Das Menschengeschlecht dazuzählen. So, mein Kaiser, Darfst du kühn dich erklären, Von allem, Was in den Schutz deiner Treue gekommen, Ist durch dich weder gewaltsam Noch heimlich dem Staate Etwas entrissen worden. Nach dem seltensten Ruhme, Und der noch keinem Fürsten ward, Hast du getrachtet, Dass keinem durch dich weh Du strebst nicht fruchtlos, Und diese deine ausgezeichnete Güte Hat nicht undankbare oder bösartige Beurteiler gefunden. Es wird dir gedankt, Nie war ein einziger Mensch Einem einzigen Menschen so lieb, Wie du, dem römischen Volke, Du, sein hohes und langdauerndes Glück. Aber eine gewaltige Last Hast du dir aufgelegt, Keine Seele spricht bereits mehr Von dem vergötterten Augustus Noch von des Kaisers Tiberius Ersten Zeiten. Niemand sieht sich nach einem Muster Außer dir um, Das man von dir nachgeahmt wissen möchte. So wünscht man deine Regierung, Wie sie dies Jahr uns schmecken ließ. Das wäre freilich nicht wohl angegangen, Wenn dir diese Güte Nicht natürlich wäre, Sondern nur auf eine gewisse Zeit angenommen. Denn lange kann niemand eine Maske tragen. Was nur erheuchelt ist, Fällt bald in seine Natur zurück. Wo aber Wahrheit zum Grunde liegt, Und was, wenn ich so sagen soll, Aus dem ganzen Wesen herauswächst, Rückt mit der Zeit selbst Zum Größern und Bessern vor. Das römische Reich Spielte ein gewagtes Spiel, Da niemand wissen konnte, Auf welche Seite sich alsbald Das Ausgezeichnete Naturell schlagen würde. Nun ist alle Welt Mit ihren Wünschen geborgen, Denn es hat keine Gefahr, Dass du auf einmal Dich selbst vergessen könntest. Zwar macht allzu großes Glück Begehrlich, Und nie sind die Begierden So gemäßigt, Dass sie bei dem, Was sich nach Wunsch fügt, Aufhören. Es geht stufenweise Vom Großen zum Größern, Und wem Unverhofftes zu Teil ward, Den treibt sein Hoffen Bis zur Unverschämtheit. Im gegenwärtigen Augenblicke jedoch Sehen alle deine Untertanen Sich ein gedoppelt Geständnis abgenötigt, Dass sie glücklich seien, Und dass zu diesem ihrem Glücke Nichts hinzukommen könne, Als dass es beständig wäre. Viele Umstände nötigen sie Zu diesem Geständnis, An das der Mensch Am allerschwersten kommt. Die tief begründete Wohlstand verbreitende Sicherheit Und der gegen jede Beeinträchtigung Feststehende Rechtszustand. Man nimmt mit Augen wahr, Die hochbeglückende Staatsverfassung, Der zur schrankenlosesten Freiheit, Nur das fehlt, Dass du ihre Zerrüttung Nicht möglich werden lässest. Die Hauptsache ist aber, Dass die Niedrigsten Wie die Höchsten Deine Gnade In gleichem Maße Zu bewundern bekommen. Die übrigen Vorteile Nämlich genießt Oder erwartet Je nach dem Verhältnisse Seiner Lage Ein jeglicher In höherem Oder geringerem Grade. Aus Gnade Erwächst aber allen Die selbe Hoffnung. Und es ist keiner, Der so selbstgefällig Auf seine Unschuld blickte, Dass er sich nicht freuen sollte, Dass ihm vor Augen Die Gnade steht, Die der menschlichen Schwachheit Entgegenkommt. Zwei Übrigens weiß ich wohl, Es sind manche, Der Ansicht, Durch Gnade Werden gerade Die schlechtesten Gehoben, Weil sie nur Nach Verbrechen Eintreten kann, Und diese Tugend Die einzige ist, Die unter Schuldlosen Gar nicht vorkommt. Allein So wie fürs erste Arzneimittel Nur bei Kranken Anwendbar, Aber darum doch Auch bei Gesunden In Ehren sind, Also Wird die Gnade, Obwohl nur von Strafwürdigen Angefläht, Dennoch Auch von den Schuldlosen Gewürdigt. So dann Findet sie doch Auch auf die Person Der Schuldlosen Ihre Anwendung, Weil manchmal Das Schicksal Wie Schuld Gilt Und nicht nur Der Unschuld Kommt die Gnade Zu statten, Sondern oft Der Tugend, Weil nämlich Je nachdem Es die Zeiten Mit sich bringen, Manches vorkommt, Was man loben Und doch Strafen könnte. Nimm dazu, Dass ein großer Teil Der Menschen Zur Unschuld Zurückkehren kann. Dennoch Muss man Das Verzeihen Nicht ins Allgemeine Ausdehnen, Denn wo der Unterschied Zwischen Guten Und Schlechten Aufgehoben ist, Tritt Unordnung Ein Und alle Laster Walten Frei. Darum Muss Einschränkung Eintreten Und man Muss Gemüter, Die zu heilen Sind, Von Unverbesserlichen Zu unterscheiden Wissen. Die Gnade, Die man Walten Lässt, Darf Weder Rücksichtslos Und allgemein Noch Auf einmal Abgeschnitten Sein, Denn Allen Zu verzeihen Ist eben Sowohl Grausamkeit Als Keinem. Wir müssen Maß halten, Allein, Weil die Mittelstraße Zu treffen Schwer Ist, So schlage Alles auf die Mildere Seite vor, Wenn es auch Über die Billigkeit Hinausgehen Möchte. Drei Doch Davon Wird Füglicher Am Geeigneten Orte Die Rede Sein, Jetzt Will Ich Das Ganze Dieses Gegenstandes In Drei Teile Zerlegen Der Erste Soll Eine Einleitung Enthalten Der Andere Die Beschaffenheit Und Die Erweisungen Der Gnade Darstellen Denn Da Es Manche Laster Gibt Die Sich Wie Tugenden Gebärden Wollen So Kann Man Sie Nicht Unterscheiden Wenn Man Ihnen Nicht Merkmale Aufdrückt Daran Sie Erkannt Werden Zum Dritten Wollen Wir Untersuchen Auf Welchem Wege Das Gemüt Zu Dieser Tugend Geleitet Werde Wie Es Dieselbe In Sich Befestige Und Sich Durch Übung Zur Eigen Mache Dass Unter Allen Tugenden Keine Dem Menschen Mehr Zieme Weil Keine Menschlicher Ist Das Muss Einmal Ausgemacht Sein Nicht Nur Unter Uns Die Wir Den Menschen Ein Geselliges Wesen Als Für Das Gemeine Wohl Geboren Angesehen Wissen Wollen Sondern Auch Unter Denen Menschen Das Vergnügen Als Zweck Anweisen Und Deren Reden Und Tun Durchaus Auf Den eigenen Vorteil Hinaus Geht Denn Wenn Es Ihm Um Ruhe Und Muße Zu Tun Ist So Wird Ihm Ja Derjenige Vorzug Für Seine Natur Zuteil Der Den Frieden Liebt Und Sich Der Gewalttätigkeit Enthält Keinem Jedoch Unter Allen Ziemt Die Gnade Mehr Als Einem Fürsten Oder König Als Dann Nämlich Ist Hohe Macht Ehrenvoll Und Rühmlich Wenn Was Sie Vermag Zum Heil Angewendet Wird Zum Schadenstark Sein Ist Verderbliche Macht Dann Erst Hat Die Größe Eines Menschen Bestand Und Grund Wenn Alle Von Ihm Überzeugt Sind Er Sei Nicht Sowohl Über Ihnen Als Für Sie Wenn Es Sich Täglich Erprobt Dass Seine Sorgfalt Über Dem Wohle Der Einzelnen Und Des Ganzen Wache Wenn Mann Wo Er Sich Zeigt Nicht Als Erhübe Sich Irgendein Böses Oder Schändliches Tier Von Seinem Lager Ihm Aus Dem Wege Geht Sondern Wie Zu Einem Hellen Und Wohltätigen Gestirne Wetteifernd Herbei Eilt Vorbereit Sich Für Ihn Den Schwertern Derer Die Ihm Nach Dem Leben Trachten Entgegen Zustellen Und Auf Die Eigenen Leiber Treten Zulassen Wenn Ihm Der Rettungsweg Nur Über Leichen Gebahnt Werden Kann Seinen Schlaf Sichern Sie Durch Nächtliche Wachposten Um Seine Seiten Sich Drängend Und Reihend Sind Sie Ihm Eine Schutzwehr Gefahren Gefahren Auf Ihn Anlaufen Stellen Sie Sich Entgegen Nicht Ohne Grund Gewahrt Man Bei Völkern Und Städten Solches Zusammenhalten Also Die Könige Zu Schützen Und Zu Lieben Und Sich Und Das Seine Hinzugeben Wo Es Des Herrschers Rettung Erfordern Mag Nicht Als Ob Sie Sich Gering Anschlügen Oder Von Sinnen Wären Dass Um Ein Ein Einzig Haupt So Viele Tausende Sich Das Schwert In Die Brust Stoßen Lassen Und Mit Vielen Toten Ein Einzig Leben Erkaufen Zu Weilen Eines Greisen Kraftlosen Mannes Gleich Wie Der Ganze Körper Der Seele Dient Und Obwohl Jener So Viel Größer Und Ansehnlicher Ist Diese Aber Unscheinbar Im Verborgenen Bleibt Dass Man Den Ort Nicht Weiß Wo Sie Stecken Mag Dennoch Hände Füße Und Augen Ihr Zugebote Stehen Diese Haut Sie Schützt Wir Auf Ihr Geheiß Uns Legen Oder Rastlos Umher Laufen Gleich Wie Wir Wenn Sie Es Befiehlt Falls Sie Eine Habsüchtige Gebieterin Ist Des Gewinnes Halber Das Meer Durch Kreuzen Oder Falls Sie Ruhmsüchtig Ist Schon Längst Die Rechte Hand Über Das Feuer Gehalten Oder Freiwillig Uns In Den See Gestürzt Haben So Wird Diese Zahllose Menschenmasse Um Des Einzigen Leben Sich Her Drängend Von Seinem Atem Regiert Von Seinem Gedanken Gelenkt Denn Sie Würde Sich Erdrücken Und Zunichte Machen Mit Ihrer Eigenen Kraft Wenn Sie Nicht Durch Seinen Geist Gehalten Würde Vier Es Ist Also Liebe Zu Ihrer Eigenen Unverletzten Wohlfahrt Wenn Sie Für Einen Einzigen Mann Zehn Legionen In Die Schlacht Führen Wenn Sie In Den Vordersten Reihen Eindringen Und Ihre Brust Den Wunden Geradeaus Darbieten Auf Das Die Fahnen Ihres Imperators Nicht Umwenden Mögen Denn Der Ist Das Band Durch Welches Der Staat Zusammenhält Er Ist Der Belebende Atem Den Diese Menge Von Tausenden Zielt Die Für Sich Selbst Nichts Wäre Als Masse Und Beute Wenn Ihr Jene Seele Des Reiches Entzogen Würde So Der König Noch Lebt Ist Alles Nur Ein Sinn Ist Er Dahin Liegt Treue Danieder Solcher Unfall Müsste Der Friedensruhe Roms Ein Ende Machen Solcher Das Glück Des So Mächtigen Volkes In Trümmer Stürzen So Lange Diese Einheit Und Dieses Band Eines So Großen Reiches In Viele Teile Auseinanderspringen Und Das Herrschertum Dieser Stadt Wird Zugleich Mit Dem Gehorsam Enden Darum Darf Man Sich Nicht Wundern Wenn Fürsten Und Könige Und Wes Namens Sonst Die Beschützer Des Bestandes Der Öffentlichen Dinge Seien Wohl Noch Mehr Liebe Finden Als In Den Innigsten Verbindungen Des Privatlebens Gefunden Wird Denn Wenn Dem Vernünftigen Das Öffentliche Mehr Gilt Als Das Besondere So Ist Die Folge Dass Er Auch Den Jenigen Am Teuersten Hält Der Des Staates Mittelpunkt Ist Denn Längst Hat Sich Der Kaiser Also Mit Dem Staate Verflochten Dass Der Eine Bestandteil Nicht Getrennt Werden Konnte Ohne Dass Beide Zugrunde Gingen Denn So Wie Der Eine Kräfte Braucht So Braucht Der Andere Auch Ein Haupt 5 Vielleicht Vielleicht Denkst Du Mein Vortrag Sei Etwas Zu Weit Von Seinem Zweck Abgegangen Aber Fürwahr Er Greift Tief In Die Sache Selbst Ein Denn Wenn Du Was Aus Dem Bisherigen Folgt Die Seele Des Staates Bist Er Dein Körper So Erkennst Du Denk Ich Daraus Wie Notwendig Die Gnade Sei Du Schonst Nämlich Deiner Selbst Während Du Des Andern Zu Schonen Scheinst Zu Schonen Sind Daher Auch Solche Untertanen Die Man Nicht Gut Heißen Kann Gerade Wie Man Krankhafte Glieder Schont Und Wenn Es Je Nötig Wird Blut Herauszulassen So Ist Darauf Zu Halten Dass Man Nicht Tiefer Einschneide Als Es Sein Muss Es Ist Also Wie Ich Sagte Die Gnade Der Natur Der Sache Nach An Jeglichem Menschen Schön Hauptsächlich Jedoch An Herrschern Je Mehr Dadurch In Ihren Verhältnissen Zu Retten Ist Und Je Größer Das Feld Auf Dem Ihre Wirksamkeit Sich Zeigt Denn Welch Kleinen Schaden Richtet Die Grausamkeit des Privatmannes An Wenn Ein Fürst Wütet Das Ist Ein Krieg Wenn Aber Schon Unter Den Tugenden Übereinstimmung Ist Und Nicht Etwa Die Eine Trefflicher Oder Edler Als Die Andere So Ist Doch Manche Für Gewisse Persönliche Verhältnisse Mehr Geeignet Großartige Gesinnung Ziert Jeden Sterblichen Auch Den Der Nichts Unter Sich Hat Denn Was Ist Größer Oder Kräftiger Als Dem Unglücke Seinen Stachel Zu Nehmen Doch Diese Großartige Gesinnung Hat Bei Großen Glücksumständen Einen Noch Weitern Spielraum Und Tritt Herrlicher Auf Dem Tribunal Hervor Als Unten Wo Das Volk Steht Jedes Haus In Das Die Gnade Einzieht Wird Durch Sie Beglückt Und Ruhig Werden Aber Im Königspalast Ist Sie Je Seltener Desto Bewundernswürdiger Denn Was Ist Merkwürdiger Als Wenn Der Dessen Zorn Nichts Im Wege Gesteht Dessen Ausspruch Auch Wenn Er Hart Ist Selbst Die So Sein Opfer Werden Gut Heißen Der Niemand Rede Zu Stehen Ja Wenn Er Auch In Heftiger Leidenschaft Gehandelt Nicht Einmal Abzubitten Hat Wenn Dieser Sich Selbst Einhalt Tut Und Seine Macht Zu Güte Und Sanft Mut Anwendet Den Einen Gedanken Festhaltend Töten Dem Gesetz Zuwider Kann Jeder Am Leben Erhalten Niemand Als Ich Hohem Stande Ziemt Hoher Sinn Und Wenn Sich Dieser Nicht Zu Jenem Erhebt Und Höher Stellt So Zieht Er Auch Jenen Tiefer Als Zur Erde Herab Einer Großen Seele Aber Ist Es Eigen Sanft Zu Sein Und Ruhig Und Beeinträchtigungen Und Beleidigungen Zu Verachten Weibisch Ist's Im Zorne Zu Toben Wilden Tieren Aber Und Erst Nicht Großmütigen Kommt Es Zu Die So Ihnen Vorgeworfen Werden Zu Zerfleischen Und Zu Quälen Elefanten Und Löwen Gehen Vorüber Wenn Etwas An Sie Angestoßen Die Unedle Bestie Ist Widerspenstig Einem Könige Ziemt Nicht Wilder Und Unerbittlicher Zorn Da steht Er Ja Nicht Mehr Viel Über Dem Den Er Sich Eben Dadurch Gleich Stellt Dass Er Zirnt Aber Wenn Er Leben Schenkt Wenn Er Ehre Verleihet Denen Die In Gefahr Sind Und Verdient Haben Ihre Ehre Zu Verlieren So Tut Er Was Niemand Kann Außer Ein Gewaltiger Das Leben Nehmen Kann Man Ja Auch Einem Höhern Schenken Kann Ich Es Nur Einem Der Unter Mir Steht Erhalten Das Kommt Nur Denen Als Eigentümlich Zu Die Das Schicksal Auf Eine Ausgezeichnete Höhe Gestellt Hat Und Diese Höhe Ist Von Keiner Seite Mehr Zu Verehren Als Weil Sie In dem Fall Ist Zu Können Was Den Göttern Zuk Kommt Deren Geschenk Es Ist Dass Wir In Die Welt Treten Die Guten Und Die Bösen Ein Fürst Mache Sich Daher Die Gesinnung Der Gottheit Eigen Auf Die Einen Von Seinen Untertanen Weil Sie Nützlich Und Gut Sind Blicke Er Mit Lust Andere Betrachte Er Als Die Zahl Ausfüllend Über Die Einen Freue Er Sich Dass Er Sie Hat Andere Seien Ihm Geduldet Ende Von Erstes Buch Fünf Erstes Buch Sechs Bis Zehn Von Der Gnade An Den Kaiser Nero De Clemencia Von Lucius Aneus Seneca Übersetzt Von J. Moser Diese LibriVox Aufnahme Ist In Öffentlichem Besitz Erstes Buch Sechs Denke Dich In Diese Stadt Hinein Wo Die Auf Den Breitesten Straßen Endlos Hinströmende Volksmenge Sich Drängt So Oft Etwas In Den Weg Kommt Was Ihren Lauf Wie Eines Reißenden Wald Stroms Hemmen Möchte Wo Man Zu Derselben Zeit Auf Dem Wege Nach Drei Theatern Auf Einmal Platz Haben Will Wo So Viel Verzehrt Wird Als Der Feldbau Aller Länder Hervorbringt Was Würde Da Bald Für Eine Menschen Leere Einöde Sein Wenn Niemand Da Bleiben Dürfte Als Wen Ein Strenger Richter Freigesprochen Wie Wenige Mögen Unter Den Untersuchenden Richtern Sein Die Nicht Selbst Dem Nämlichen Gesetze Verfallen Sind Nach Welchem Sie Untersuchen Wie Viele Ankläger Mögen Wohl Rein Sein Von Schuld Und Ich Meine Fast Es Ist Niemand Weniger Geneigt Nach Sicht Eintreten Zu Lassen Als Wer Schon Oft Darum Zu Bitten Hatte Gefehlt Haben Wir Allzumal Der Eine Schwer Der Andere Leichter Der Eine Vorsätzlich Der Andere Vom Zufalle Getrieben Oder Durch Eines Andern Schlechtigkeit Verführt Manchmal Sind Wir Bei Guten Absichten Nur Nicht Fest Genug Gewesen Und Haben Gegen Unsern Willen Und Mit Widerstreben Die Unschuld Verloren Und Nicht Nur Dass Wir Fehltritte Getan Haben Wir Werden Straucheln Bis Zum Äußersten Lebensalter Wenn Einer Auch Sein Herz So Gut Gereiniget Hat Dass Ihn Förder Nichts Mehr Irre Machen Kann Zu Einem Untadelischen Wandel Hat Ers Doch Nur Durch Fehlen Gebracht 7 Weil Ich Vorhin Der Götter Erwähnte So Wird Es Wohl Das Beste Sein Wenn Ich Einem Fürsten Das Zum Vorbild Aufstelle Dass Er Von Sich Selbst Verlange Er Solle Gegen Seine Untertanen So Sein Wie Er Wünsche Dass Die Götter Gegen Ihn Seien Wäre Es Wohl Gut Wenn Wir Götter Hätten Die Gegen Sünden Und Verirrungen Unerbittlich Wären Wäre Es Gut Wenn Sie Bis Zu Unserer Gänzlichen Vernichtung Hart Mit Uns Verfahren Würden Wo Wäre Da Ein König Sicher Dass Nicht Die Blitzedeuter Seine Gliedmaßen Ins Grab Sammelten Wenn Nun Aber Die Götter Versöhnlich Und Billig Die Vergehungen Der Gewaltigen Nicht Alsbald Mit Dem Donnerkeile Strafen Wie Viel Billiger Ist Dann Dass Ein Mensch Über Menschen Gesetzt Milden Sinnes Seine Herrschaft Übe Und Bedenke Ob Die Welt Nicht Lieblicher Für Das Auge Und Schöner Aussehe An Einem Heitern Und Reinen Tage Als Wenn Alles Von Häufigen Donnerschlägen Kracht Und Blitze Die Luft Durch Kreuzen Aber Gerade So Ist Der Anblick Einer Ruhigen Gemäßigten Regierung Wie Der Des Heiter Strahlenden Himmels Eine Grausame Herrschaft Ist Trüb In Dunkel Gehüllt Alles Zittert Und Bebt Vor Dem Jehen Donnerschlag Und Der Selbst Bleibt Nicht Unerschüttert Der Alles In Unruhe Bringt Leuten Die Keine Öffentliche Wirksamkeit Haben Verzeiht Man Es Leichter Wenn Sie Hart Näckig Auf Rache Bestehen Denn Sie Können Verletzt Werden Und Ihre Empfindlichkeit Kommt Von Erlittenem Unrecht Überdies Fürchten Sie Verachtet Zu Werden Und Dem Der Beleidigt Hat Nicht Zu Vergelten Gilt Für Schwäche Und Nicht Für Gnade Dagegen Wem Es Ein Geringes Wäre Rache Zu Nehmen Der Erlangt Wenn Er Sie Verschmät Das Unstreitige Lob Der Sanft Mut Leuten In Niedrigem Stande Geht Es Viel Eher Hin Um Sich Zu Schlagen Streit Zu Führen In 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 Hader Zu Geraten Und Ihrem Zorne Den Willen Zu Lassen Nicht Von Bedeutung Sind Die Streiche Wenn Man Sich Gleich Ist Mit Eines Königs Erhabenem Stande Will Sich Schon Das Schreien Nicht Vertragen Und Dass Er Seinen Worten Den Lauf Lässt Acht Du Hältst Es Für Hart Dass Den Königen Der Freie Gebrauch Der Rede Benommen Sein Soll Den Doch Die Niedrigsten Haben Das Ist Wird Man Sagen Sklaverei Nicht Herrscher Gewalt Freilich Magst Du Es Nicht Dass Wir Die Herren Sind Du Der Sklave Es Ist Ganz Etwas Anderes Mit Denen Die In Dem Großen Haufen Stecken Aus Dem Sie Nicht Heraus Kommen Bei Diesen Haben Auf Der Einen Seite Die Tugenden Lange Genug Zu Tun Dass Sie Ans Licht Treten Auf Der Andern Bleiben Aber Auch Ihre Fehler Im Dunkeln Eure Taten Und Worte Fängt Das Gerücht Auf Und Darum Hat Sich Niemand So Sehr Darum Zu Bekümmern Was Man Für Einen Namen Habe Wie Die Bei Denen Er In Jedem Falle Groß Ist Mögen Sie Einen Guten Oder Schlechten Verdienen 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 Manches Ist Dir Nicht Erlaubt Was Uns Gestattet Ist Und Zwar Weil Wir Es Dir Zu Verdanken Haben Ich 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 kann In jedem Teile Der Stadt Ohne Besorgnis Alleingehen Ohne Dass Mir Ein Begleiter Folgt Ohne Dass Ich Ein Schwert Zu Hause Oder An Der Seite Habe Du Musst In dem Frieden Der Dein Werk Ist In Waffen Leben Du Kannst Nicht Einen Schritt Tun Ohne Auf Der Bahn Deines Standes Er Umlagert Dich Und Wohin Du Gehst Er Geht Mit Dir Und Macht Große Umstände Das Ist Die Sklaverei Der Höchsten Größe Dass Man Nicht Kleiner Werden Kann Übrigens Ist Dir Dieser Zwang Mit Bein Auch Sie Hält Ja Der Himmel Angefesselt Und Herab Zusteigen Ist Ihnen Ebenso Wenig Vergönnt Als Es Für Dich Sicher Ist Auf Deinem Gipfel Bist Du Angeschmiedet Unsere Bewegungen Sind Von Wenigen Bemerkt Ausgehen Und Heimkehren Und Unsere Lage Verändern Können Wir Ohne Dass Die Welt Davon Weiß Dir Wird Ebenso Wenig Als Der Sonne Das Glück In Verborgenheit Zu Weilen Das Meer Von Licht Ist Dir Daran Hinderlich Alle Augen Sind Darauf Gerichtet Meinst Du Du Gehst Aus Auf Gehst Du Reden Kannst Du Nicht Ohne Dass Deinen Laut Die Völker Der Lassen Lassen Meer Ist Sonst Gleich Wie Bäume Die Man Unter Der Schere Hält Gerade Recht Viele Zweige Treiben Und Manche Gattungen Der Saatfrüchte Damit 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 Sie Dichter Wachsen Sollen Abgeschnitten Werden Also Vergrößert Eines Königs Grausamkeit Die Zahl Der Übelwollenden Dadurch Dass Er Sie Aus Dem Wege Räumt Denn Eltern Und Kinder Derer Die Getötet Wurden Und Verwandte Und Freunde Treten An Die Stelle Jeder Einzelnen Person Neun Wie wahr Dies sei Will ich Dir An Einem Vorfall In Deiner Familie Vorhalten Der Vergötterte Augustus War Ein Milder Fürst Wenn Man Ihn Von Seiner Alleinherrschaft An Zu Beurteilen Anfängt Bei Der Gemeinschaftlichen Staatsverwaltung Während Seines Triumvirats Führte Er Das Schwert Als Er In dem Alter War Worin Du Jetzt Stehst Da Er Das 18. Jahr Vollendet Hatte Steckten Seine Deutsche Schon In Dem Busen Seiner Freunde Da Hatte Er Schon Meuschlerisch Dem Konsul Markus Antonius Das Schwert In Die Seite Stoßen Wollen Da War Er Schon Ein Genosse Der Proskription Gewesen Aber Als Er Das 40. Jahr Überschritten Hatte Und In Gallien Weilte Kam Ihm Die Anzeige Zu Dass Lucius Zinner Ein Mann Von Schwachem Geiste Ihm Nachstellungen Bereite Es Es Wart Ihm Angesagt Wo Und Wann Und Wie Er Es Angreifen Wollte Einer Von Den Mitwissenden Verriet Es Er Beschloss Sich Gegen Denselben Sicher Zu Stellen Und Veranstaltete Eine Beratende Zusammenkunft Seiner Vertrauten Er Hatte Eine Unruhige Nacht Denn Er Bedachte Dass Ein Jüngling Von Edler Geburt Und Der Sonst Keine Schuld Auf Sich Geladen Ein Enkel Des Gneus Pompeius Verurteilt Werden Sollte Schon War Er Nicht Fähig Einen Einzigen Menschen Zu Töten Während Er Früher Den Proskriptions Befehl Dem Markus Antonius Bei Der Tafel Diktiert Hatte Unter Seufzern Ließ Er Hier Und Da Verschiedene Und Sich Untereinander Widersprechende Worte Fallen Wie Meinen Mörder Soll ich Sicher Neben mir Wandeln Lassen Lassen Während Ich In Sorgen Schwebe Wie Der Soll Ungestraft Bleiben Der Dieses In So Vielen Bürgerkriegen Vergebens Bedrohte In So Vielen See Und Landschlachten Unverletzt Gebliebene Haupt Nicht Zu Morden Sondern Wie Ein Opfertier Zu Schlachten Gesonnen War Denn Während Des Opfers Hatte Er Ihm Den Streich Zu Versetzen Beschlossen Nach Einer Pause Wiederum Zornte Er Mit Viel Lauterer Stimme Gegen Sich Selbst Als Gegen Zinner Was Lebst Du Den Noch Wenn So Vielen Daran Liegt Dass Du Dahin Seist Wie Werden Die Hinrichtungen Enden Und Das Blut Vergießen Ich Soll Ein Haupt Sein Den Jünglingen Des Adels Dargeboten Dass Sie Dagegen Ihre Dolche Schärfen Das Leben Hat Keinen Wert Mehr Wenn So Vieles Zugrunde Gehen Muss Damit Ich Nicht Umkomme Endlich Nahm Seine Gemahlin Livia Das Wort Magst Du Wohl Sprach Sie Eines Weibes Rat Vernehmen Mach Es Wie Die Ärzte Pflegen Die Wenn Die Gewöhnlichen Mittel Nicht Anschlagen Zu Den Entgegengesetzten Schreiten Durch Stränge Hast Du Bisher Nichts Ausgerichtet Dem Dem Salvidienus Tat Es Lepidus Nach Dem Lepidus Murena Dem Murena Cepio Dem Cepio Egnatius Anderer Nicht Zu Gedenken Bei Denen Es Schon Ein Schimpf Ist Dass Sie Sich So Etwas Nur Erfrechten Versuchen Nun Wie Es Dir Mit Der Gnade Gelinge Verzeihe Dem Lucius Zinner Er Ist Ergriffen Schaden Kann Er Dir Nicht Mehr Fordern Kann Er Deinen Ruhm Voll Freude Dass Eine Fürsprecherin Gefunden Dankte Er Seiner Gemahlin Den Freunden Aber Die Er Zu Rate Hatte Ziehen Wollen Ließ Er Sogleich Absagen Und Den Zinner Allein Zu Sich Kommen Und Nachdem Er Alle Aus Dem Zimmer Hatte Abtreten Und Dem Zinner Noch Einen Sitz Hatte Geben Lassen Sprach Er Das Einzige Verlange Ich Von Dir Dass Du Mich Im Sprechen Nicht Unterbrechest Und Nicht Mitten In Meine Rede Hinein Schreiest Du Wirst Schon Zeit Bekommen Da Dir Zu Reden Freisteht Als Ich Dich Zinner Im Lager Meines Feindes Des Sextus Pompelius Fand Habe Ich Dir Einem Mir Nicht Gewordenen Sondern Gebornen Feinde Das Leben Geschenkt Ich Habe Dir All Dein Erbgut Überlassen Noch Heute Bist Du So Glücklich So Reich Dass Den Besiegten Die Sieger Beneiten Als Du Dich Um Das Priesteramt Bewarbst Habe Ich Mit Übergehung Mehrerer Deren Väter Mit Mir Im Felde Gedient Es Dir Gegeben Obwohl Ich Mich Also Um Dich Verdient Gemacht Bist Du Gesonnen Mich Zu Ermorden Da Er Auf Dies Wort Hin Ausrief Solcher Wahnsinn Sei Ferne Von Ihm Entgegnete Er Ihm Du Hältst Nicht Wort Zinner Es War Ausgemacht Du Solltest Nicht Da Rein Reden Du Gehst Sagte Ich Damit Um Mich Zu Ermorden Er Nannte Ihm Dazu Den Ort Die Genossen Den Tag Den Verabredeten Gang Des Meuchel Mords Und Wer Das Schwert Führen Sollte Und Da Er Nun Sah Wie Jener Durchbohrt Dastand Und Jetzt Nicht Mehr In Folge Der Verabredung Schwieg Sondern Weil Ihm Das Gewissen Schlug Fragte Er Und In Welcher Absicht Beginnest Du Solches Um Selbst Herrscher Zu Sein Wahrlich Da Ist Das Römische Volk Schlimm Daran Wenn Dir Um Imperator Zu Sein Nichts Im Wege Steht Als Ich Deine Eigenen Angelegenheiten Kannst Du Nicht Wahren Es Ist Noch Nicht Lange Her Dass Du In Einer Privat Klage Vor Gericht Durch Die Gewandtheit Eines Menschen Aus Dem Stande Der Freigelassenen Den Kürzeren Gezogen Natürlich Ist Dir Nun Nichts Leichter Möglich Als Gegen Den Kaiser Selbst Etwas Anzuzetteln Sage Doch Einmal Wenn Ich Allein Deinen Hoffnungen Im Wege Stehe Ob Dich Wohl Ein Paulus Und Fabius Maximus Und Die Kossen Und Die Servilier Dulden Werden Und Die Mächtige Schar Von Edeln Die Nicht Eitle Namen Zur Schau Tragen Sondern Von Männern Die Ihren Ahnen Bildern Ehre Machen Ich Will Nicht Durch Aufzeichnung Seiner Ganzen Rede Meinem Buche Zu Viel Raum Wegnehmen Denn Man Weiß Dass Er Länger Als Zwei Stunden Sprach Da Er Die Strafe Mit Der Er Sich Allein Zu Begnügen Gesonnen War In Die Länge Zog Das Leben Schloss Er Schenke Ich Dir Zinner Zum Zweiten Male Erst Dem Feinde Nun Dem Meuschel Mörder Und Dem Kaiser Mörder Mit Dem heutigen Tage Fange Unter Uns Ein Freundes Verhältnis An Lass Uns Wetteifern Ob Redlicher Ich Dir Das Leben Geschenkt Habe Oder Du Es Mir Verdankest Darauf Übertrug Er Ihm Das Konsulat Und Beklagte Sich Dass Er Es Nicht Zu Verlangen Gewagt Hätte Geboten Den Sallustius Und Die Kokeia Und Delia Und Die ganze Schar Von Freunden Des Ersten Ranges Hat Er Aus Dem Lager Seiner Gegner Gewonnen Dann Dann Die Domitia Messalenen Asinia Cicerone Und Was Sonst Die Zierten Des Staates Waren Hatte Er Seiner Gnade Zu Verdanken Mit Lepidus Selbst Wie Lange Hatte Er Geduld Bis Dieser Starb Er Lies Es Sich Gefallen Dass Derselbe Viele Jahre Den Höchsten Ehrentitel Des Alleinherrschers Den Eines Pontifex Maximus Behielt Und Lies Die Stelle Der Höchsten Priester Würde Erst Nach Dessen Tode Sich Übertragen Denn Er Wollte Lieber Dass Man Dieselbe Eine Ehrenstelle Nenne Als Eine Beute Diese Gnade Führte Ihn Zu Wohlfahrt Und Sicherheit Sie Was Die Ihn Beliebt Und Begünstigt Machte Obgleich Er Auf Den Nacken Der Republik Bevor Sie Unters Joch Gebracht Worden Seine Hand Gelegt Hatte Sie Ist Die Ihm Auch Noch Heutzutage Einen Namen Sichert Wie Ihn Ein Fürst Kaum Zu Seinen Lebzeiten Gewinnt Dass Er Ein Gott Sei Glauben Wir Nicht Wie Wenn Es Uns Durch Eine Verordnung Gesagt Worden Wäre Wir Gestehen Dass Augustus Ein Edler Fürst gewesen Und Dass Der Name Eines Vaters Des Vater Landes Wohl Auf Ihn Passte Aus Keinem Anderen Grund Als Weil Er Auch Erlittene Schmähungen Für Welche Fürsten Empfindlicher zu sein Pflegen Als Für Tätliche Beleidigungen Nichts Weniger Als Mit Grausamkeit Bestrafte Weil Er Zu Schmäh Worten Die Man Sich Gegen Ihn Erlaubte Lächelte Weil Man Offenbar Sah Dass Es Ihm Eine Strafe Sei Wenn Er Strafte Weil Er An Allen Den Jenigen Die Er Als Des Ehebruchs Mit Seiner Tochter Julia Schuldig Verurteilt Hatte Die Todesstrafe Vollziehen Zu Lassen So weit Entfernt War Dass Er Ihnen Da Sie Verbannt Wurden Sicherheits Und Post Scheine Ausstellte Das Heiße Ich Verzeihen Wenn Du Bei Der Gewissheit Dass Sich Viele Finden Werden Die Für Dich Zürnen Und Sich Dir Mit Fremdem Blute Gefällig Machen Möchten Nicht Nur Das Leben Schenkst Sondern Auch Dafür Gewährleistest Ende von Erstes Buch Zehn Erstes Buch Elf bis Sechzehn Von der Gnade An den Kaiser War er Hitzig Zorn Glühend Und Tat Manches Worauf Er Ungern Den Blick Zurück Wandte Es Wird Niemand Einfallen Zwischen Deiner Milde Und Dem Vergatterten Augustus Eine Vergleichung Anzustellen Wenn Auch Die Jahre Des Jünglings Sich Mit Dem Meer Als Gereiften Greisen Alter Messen Sollten Mag Er Immerhin Gemäßigt Und Huldreich Gewesen Sein Freilich Aber Nach Dem Vom Römer Blute Gefarbten Meere Bei Actium Aber Nach Den Bei Sizilien Zernichteten Flotten Eignen Und Fremden Aber Nach Den Altären Für Perusia Und Nach Den Proskriptionen Ich Einmal Kann Das Nicht Gnade Nennen Wenn Die Grausamkeit Sich Müde Gewütet Das Mein Kaiser Ist Wahre Gnade Die Du Übst Die Sich Nicht Von Daher Schreibt Wo Man Des Wütens Satt Wart Da Muss Kein Flecken Sein Kein Vergossenes Bürgerblut Das Ist Bei Der Höchsten Gewalt Die Wahrhaftigste Mäßigung Und Liebe Zur Menschheit Und Zu Dem Gemeinsamen Dir Nun Gewidmeten Vaterlande Dass Man Von Keiner Leidenschaft Keiner Verblendung Sich Reizen Lässt Dass Man Nicht Angesteckt Von Dem Beispiele Voriger Herrscher Eine Probe Machen Und Versuchen Will Will Wie viel Man Sich Gegen Seine Bürger Erlauben Könne Sondern Dass Man Seine Herrscher Gewalt Selbst Die Schärfe Nimmt Du Du Hast Früher Den Thron Übergeben Tyrannen Gewalt Aber Fluchwürdig Und Kurz Ist Was ist Für Ein Unterschied Zwischen Zwischen Einem Tyrannen Und Zwischen Einem Könige Das Äußere Ihres Standes Und Ihre Macht Vollkommenheit Ist Ja Gleich Nur Dass Tyrannen Zu Ihrer Lust Hart Sind Könige Nur Aus Ursachen Und Aus Zwang 12 Wie Denn Pflegen Nicht Auch Könige Zu Töten Ja So oft Das Gemeinwohl Solches Zu Tun Ihnen Zur Pflicht Macht Den Tyrannen Ist Hartes Verfahren Eine Seelenweide Der Unterschied Zwischen Dem Tyrannen Und Dem Könige Beruht Aber Auf Dem Verfahren Nicht Auf Dem Namen Denn Auf Der Einen Seite Kann Der Ältere Dionysius Nach Recht Und Verdienst Manchen Königen Vorgezogen Werden Auf Der Andern Was Hindert Den Lucius Sulla Einen Tyrannen Zu Nennen Der Zu Morden Nicht Aufhörte Bis Es Keinen Feind Mehr Für Ihn Gab Mag Er Von Seiner Diktatur Abgetreten Sein Und Die Toga Wieder Angezogen Haben Wo Hat Denn Doch Jemals Ein Tyrann So Gierig Menschenblut Getrunken Wie Er Der Siebentausend Römische Bürger Miteinander Zusammenhauen Ließ Und Da Er In Der Nähe Beim Tempel Der Bellona Sitzend Das Zusammenschreien So Vieler Tausende Und Ihre Todesseufzer Hörte Und Der Senat Darüber Schauerte Sprach Er Zur Tagesordnung Versammelte Väter Es Ist Nichts Als Dass Etliche Aufrührer Auf Meinen Befehl Getötet Werden Da Hat Er Nicht Gelogen Einem Sulla Musste Es Vorkommen Als Seien Nur Etliche Aber Bald Darauf Sprach Jener Sulla Lasst Uns Daran Halten Wie Man Feinden Zürnen Müsse Namentlich Wenn Mitbürger Und Die Sich Von Dem Nämlichen Staatsverband Losgerissen Zu Feinden Des Vaterlands Geworden Sind Indessen Macht Wie Ich Sagte Die Gnade Den Großen Unterschied Zwischen Dem König Und Dem Tyrannen Aus Wenn Schon Beide Auf Gleiche Weise Von Waffen Um Wert Sind Allein Der Eine Hat Die Waffen Um Sie Zur Bewahrung Des Friedens Zu Gebrauchen Der Andere Um Mit Großem Schrecken Den Ausbruch Großen Hasses Zu Dämpfen Ja Auch Die Hände Sogar Denen Er Sich Anvertraut Hat Siehet Er Nicht Ohne Sorgen An Es Ist Da Eine Wechselwirkung Von Gegensätzen Er Ist Nämlich Verhasst Weil Er Gefürchtet Ist Und Will Gefürchtet Sein Weil Er Doch Schon Verhasst Ist Und Der Fluchwerte Spruch Der Schon Viele Gestürzt Hat Wird Sein Grundsatz Lass Hassen Wenn Sie Fürchten Er Bedenkt Nicht Was Für Eine Wut Ausbricht Wenn Der Hass Über Die Maßen Wächst Gemäßigte Furcht Hält Die Gemüter Freilich In Schranken Ist Sie Aber Unablässig Und Gespannt Und Zum Äußersten Getrieben So Weckt Sie Die Da Niedergehaltenen Zu Waagestücken Auf Und Treibt Sie Alles Zu Versuchen So Magst Du Wilde Tiere Wohl Mit Seilen Und Federn Eingeschlossen In Furcht Halten Kommt Aber Von Hinten Der Reiter Mit Geschossen Auf Sie Zu So Werden Sie Mitten Durch Das Hindurch Was Sie Gescheut Hatten Die Flucht Versuchen Und Die Scheuche Zu Boden Treten Am Meisten Gesteigert Ist Die Kraft Wenn Sie Von Der Äußersten Not Heraus Gepresst Wird Die Furcht Muss Notwendig Noch Irgendeinen Sicherheitspunkt Freilassen Und Mehr Hoffnung Als Gefahr Darbieten Sonst Wenn Man In Der Ruhe Gleich Viel Zu Fürchten Hat Bekommt Man Lust In Gefahren Hinein Zurennen Und Fremdes Leben Für Nichts Zu Achten Einem Sanften Und Ruhigen König Ist Seine Hilfsmacht Getreu Und Er Kann Sie Zu Seiner Und Aller Sicherheit Verwenden Und Der Soldat Macht Sich Eine Ehre Daraus Er Denkt Nämlich Der Öffentlichen Sicherheit Zu Dienen Dass Er Sich Mit Freuden Jeder Anstrengung Unterzieht Als 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 Er Einen Vater Bewachte Ist Jener Aber Hart Und Blut Gierig So Werden Ihm Seine Trabanten Freilich Nicht Zugetan Sein 13 Es Kann Einer Unmöglich An Denjenigen Treue Und Wohl Gesinnte Diener Haben Deren Er Sich Bei Torturen Und Zum Folter Pferd Und Bei Mord Maschinen Bedient Denen Er Gerade Wie Wilden Bestien Menschen Zuwirft Denn Indem Er Menschen Und Götter Als Zeugen Und Rächer Seiner Untaten Zu Fürchten Hat Wird Er In Jeder Hinsicht Schuld Belasteter Und Beunruhigter Und Es Kommt Mit Ihm Dahin Dass Er Seinen Charakter Nicht Mehr Ändern Kann Denn Neben Anderm Ist Wohl Das Das Ärgste An Der Grausamkeit Dass Man Darin Fortmachen Muss Und Die Umkehr Zum Bessern Nicht Freisteht Müssen Doch Schandtaten Durch Schandtaten Gedeckt Werden Was Aber Kann Unglück Seliger Sein Als Ein Mensch Der Nicht Mehr Anders Als Böse Sein Kann Oh Oh Der Beklagenswerte Für 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 Wenigstens Denn Es Wäre Wohl Frevel Wenn Andere Ihn Bemit Leideten Da Er Seine Gewalt Zu Mord Und Raub Anwand Da Er Sich Alles Verdächtig Machte Sowohl Auswärts Als Daheim Da Er Die Waffen Fürchtet Ungeachtet Er Zu Den Waffen Seine Zuflucht Nimmt Und Weder An Freundestreue Noch An Kindesliebe Glaubt Und Wenn Er Auf Alles Hinblickt Was Er Getan Und Noch Zu Tun Im Sinne Hat Und Wenn Er Sich Sein Inneres Von Schandtaten Und Qualen Erfüllt Aufschließt Da Fürchte Er Oft Den Tod Öfter Noch Wünscht Er Ihn Sich Selbst Noch Verhasster Als Seinen Sklaven Wie Anders Der Dem Alles Am Herzen Liegt Obwohl Er Sich Um Das Eine Mehr Um Das Andere Minder Annimmt Jeglichen Teil Des Gemeinwesens Hegt Er Als Ob Es Ein Teil Von Ihm Selbst Wäre Zur Milde Geneigt Zeigt Er Obwohl Das Strafen In Der Regel Sein Muss Wie Ungerne Er Zu Harten Mitteln Greift Und Nichts Feind Seliges Nichts Rohes Ist In Seiner Gesinnung Wer Seine Macht Milde Und Heilsam Ausübt Und Danach Trachtet Das Das Den Untertanen Seine Herrschaft Lieb Werde Der Dünkt Sich Überglücklich Wenn Er Sein Glück Zum Allgemeinen Machen Kann Freundlich In Der Unterredung Leicht Zugänglich Im Blicke Der Wohl Besonders Das Volk An Sich Fesselt Liebenswürdig Billigen Wünschen Entgegenkommend Ja Auch Unbillige Nicht Hart Abweisend Ist Er Von Dem Ganzen Staate Geliebt Geschätzt Geehrt Im Geheimen Oder Öffentlich Man Spricht Von Ihm Überall Dasselbe Da Wünscht Man Kinder Zu Haben Und Geht Ab Von Dem Gelübde Der Unfruchtbarkeit Dass Man In Unheilvollen Zeiten Des Staates Getan Keiner Zweifelt Ob Seine Kinder Es Ihm Verdanken Werden Dass Er Ihnen Solch Ein Jahrhundert Gezeigt Solch Ein Fürst Ist Durch Sein Segnend Walten Geschützt Er Braucht Keine Bedeckung Waffen Hat Er Nur Zur Zierde 14 Worin Worin Besteht Nun Also Seine Wirksamkeit Worin Die Gute Eltern Besteht Welche Ihren Kindern Manchmal Freundlich Manchmal Drohend Unarten Vorzuhalten Zu Zeiten Auch Sie Mit Schlägen Zurechte Zu Weisen Pflegen Wird Wird Wohl Ein Vernünftiger Seinen Sohn Auf Die Erste Unart Hin Enterben Wenn Nicht Große Und Viele Frevel Die Geduld Ermüdet Haben Wenn Nicht Was Er Zu Besorgen Hat Mehr Ist Als Was Er Bestraft So Schreitet Er Nicht Zum Verhängen Des Äußersten Erst Versucht Er Vieles Um Die Gefährliche Und Schon Verdorbene Natur Noch Auf Den Rechten Weg Zu Bringen Wenn Dann Alle Hoffnung Verloren Ist Greift Er Zum Letzten Kein Vater Geht An Die Härtesten Strafen Bevor Er Alle Mittel Erschöpft Hat Was Ein Vater Das Hat Auch Der Fürst Zu Tun Dem Wir Ja Nicht Aus Leerer Schmeichelei Den Namen Vater Des Vaterlandes Gegeben Haben Die Anderen Beinamen Hat Man Gegeben Um Der Ehre Willen Wir Haben Den Einen Den Großen Den Andern Den Beglückten Den Dritten Den Erlauchten Genannt Und Auf Die Ehrsüchtige Majestät Haben Wir So Viel Titel Als Möglich Gehäuft Und Ihnen Damit Unsern Tribut Bezahlt Den Namen Vater Des Vaterlandes Haben Wir Geschöpft Um Dem Herrscher Ans Herz Zu Legen Es Sei Ihm Eine Väterliche Gewalt Übertragen Denn Diese Ist Vollmäßigung Für Die Kinder Besorgt Und Um Deren Willen Sich Selbst Beiseite Setzend Schwer Gehe Ein Vater Daran Glieder Seines Hauswesens Abzuschneiden Ja Wenn Er Sie Auch Abgeschnitten Hat Wünsche Er Sie Doch Wieder Anzufügen Und Wohl Während Des Abschneidens Seufze Er Nachdem Er Viel Und Lange Gezögert Denn Es Fehlt Nicht Viel Dass Wer Schnell Verurteilt Es Gerne Tut Und Es Ist Wohl Nahe Beisammen Wer Zu Viel Straft Straft Unbillig Es Geschah Zu Unserer Zeit Dass Über Den Erixo Einem Römischen Ritter Weil Er Seinen Sohn Zu Tode Gegeißelt Hatte Das Volk Auf Dem Forum Mit Den Eisernen Griffen Hergefallen Ist Mit Mühe Nur Hat Ihn Des Kaisers Augustus Ansehen Den Feindlichen Händen Sowohl Der Väter Als Der Söhne Entrissen 15 Den Titus Arius Der Seinen Über Dem Vater Mord Ergriffenen Sohn Zum Exil Verurteilte Nach Vorangegangener Untersuchung Hat Jedermann Darum Geachtet Dass Er Mit Dem Exil Und Zwar Mit Einem Sehr Schonenden Sich Begnügend Den Vater Morder Auf Massilia Beschränkte Und Ihm Seinen Jährlichen Gehalt In Demselben Maße Wie Vor Dem Verbrechen Ausbezahlte Diese Freigebigkeit Bewirkte Dass In Der Stadt Wo es Doch Den Schlechten Nie An Verteidigern Fehlt Keine Seele Zweifelte Dass Der Beschuldigte Mit Recht Verurteilt Wäre Da Ihn Ein Vater Habe Verurteilen Können Der Es Nicht Über Sich Gewinnen Konnte Ihn Zu Hassen Gerade Mit Mit Diesem Beispiele Stelle Ich Dir Vor Wie Ein Guter Fürst Mit Einem Guten Vater Zu Vergleichen Sei Da Titus Arius Über Seinen Sohn Erkennen Wollte Zog Er Den Kaiser Augustus Zurate Er Kam Zu Der Familien Angelegenheit Er Saß Dabei Und Nahm Teil An Der Beratung Die Ihn Persönlich Nicht Anging Er Sagte Nicht Ei Man Soll In Mein Haus Kommen Wäre Das Geschehen So Wäre Ein Erkenntnis Des Kaisers Nicht Des Vaters Heraus Gekommen Nachdem Der Stand Der Sache Vernommen Und Alles Untersucht War Sowohl Das Was Der Junge Mensch Zu Seiner Entschuldigung Vorgebracht Hatte Als Auch Das Wodurch Er Überwiesen Wart So Verlangte Er Der Kaiser Dass Jeder Seine Stimme Schriftlich Geben Sollte Damit Nicht Des Kaisers Ansicht Zur Allgemeinen Würde Darauf Bevor Die Zettel Eröffnet Wurden Schwur Er Dass Er Von Der Erbschaft Des Titus Arius Der Ein Reicher Mann War Nichts Wolle Es Möchte Jemand Sagen Das War Kleinlich Er Besorgte Also Es Könnte Den Anschein Haben Als Ob Er Durch Die Verurteilung Des Sohnes Eine Hoffnung Für Sich Raum Geben Wollte Meine Ansicht Ist Die Entgegengesetzte Ein Jeglicher Unsers Gleichen Hätte Sich Gegen Bösartigen Verdacht Mit Seinem Guten Gewissen Trösten Müssen Die Fürsten Müssen Manches Auch Der Öffentlichen Meinung Zu Lieb Tun Er Schwur Dass Er Von Der Erbschaft Nichts Wolle Arius Verlor Dadurch An Dem Selben Tage Zwar Auch Den Zweiten Erben Aber Der Kaiser Erkaufte So Seiner Ansicht Die Unbequem Befangenheit Und Nachdem Er Bewiesen Dass Seine Strenge Frei Von Der Rücksicht Auf Seinen Vorteil Sei Woran Einem Fürsten Stets Gelegen Sein Muss Gab Er Seinen Ausspruch Er Solle An Einen Ort Verwiesen Werden Den Der Vater Für Gut Hielte Nicht Auf Den Sarg Nicht Auf Die Schlangen Nicht Auf Den Kerker Erkannte Er Bedenkend Nicht Über Wen Er Urteilte Sondern Wer Ihn Zu Rate Gezogen Mit Der Gelindesten Art Der Bestrafung Sagte Er Müsse Sich Ein Vater Begnügen Gegenüber Einem Sohn In Den Jünglingsjahren Der Der Einem Verbrechen Verleitet Worden Wäre Bei dem Er Sich Was An Schuldlosigkeit Grenze Schüchtern Benommen Dass Er Von Der Stadt Und Aus Den Augen Des Vaters Entfernt Werde Das Müsse Sein Sechzehn Ja Der Verdiente Von Vätern Zu Rate Gezogen Zu Werden Der War Es Wert Dass Sie Ihn Zum Miterben Einsetzten Wenn Auch Auf Ihren Kindern Keine Schuld Lastete Solche Gnade Ziemt Dem Herrscher Auf Das Er Wohin Er Kommt Alles Milder Mache Einem Könige Sei Keiner So Gering Dass Ihm Desselben Untergang Nicht Fühlbar Wäre Sei Er Wer Er Sei Er Ist Ein Teil Seines Reiches Für Die Großen Herrscher Gewalten Wollen Wir Vorbilder Wählen Aus Den Kleinen Es Gibt Mehrere Arten Des Herrschens Ein Fürst Herrscht Über Seine Bürger Ein Vater Über Seine Kinder Ein Lehrer Über Seine Schüler Ein Tribun Oder Zenturio Über Seine Soldaten Wird man Nicht Denjenigen Für Den Schlechtesten Vater Halten Der Seine Kinder Auch Bei Den Geringfügigsten Veranlassungen Mit Unaufhörlichen Schlägen In Ordnung Halten Will Welcher Lehrer Aber Schickt Sich Besser Für Freie Wissenschaften Einer Der Die Schüler Quält Wenn Sie Etwas Nicht Im Gedächtnisse Behalten Und Wenn Das Auge Nicht Gewand Genug Im Lesen Anstößt Oder Einer Der Lieber Durch Winke Und Erregung Des Ehrgefühls Bessern Und Belehren Will Stelle Einen Schonungslosen Tribun Oder Zenturio Auf Er Macht Dass Es Ausreißer Gibt Und Es Ist Ihnen Erst Wohl Zu Verzeihen Ist's Denn Auch Billig Wenn Ein Mensch Drückender Und Härter Beherrscht Wird Als Man Über Unvernünftige Tiere Herrscht Siehe Ein Breiter Der Ein Pferd Zu Bändigen Versteht Der Bringt Es Nicht Durch Häufige Schläge In Angst Denn Es Muss Scheu Und Störrisch Werden Wenn Man Es Nicht Mit Sanfter Berührung Streichelt So Macht Es Auch Der Jäger Der Die Jungen Hündlein Abrichtet Zum Aufspüren Und Schon Geübte Nimmt Wo Das Wild Aufgescheucht Und Verfolgt Werden Soll Und Er Wendet Nicht Oft Drohungen An Er Würde Ihnen Sonst Alle Lust Nehmen Und Alle Anlage Die Sie Haben Würde Durch Ein Unnatürlich Zaghaftes Wesen Verringert Werden Darum Lässt Er Ihnen Aber Doch Nicht Die Freiheit Wie Sie Wollen Da Und Dorthin Zu Schweifen Und Zu Streifen Vergleiche Damit Auch Die So Schwerfälliges Zugvieh Treiben Dass Ob es Gleich Zu Misshandlung Und Elend Geboren Ist Durch Allzu Große Grausamkeit Gezwungen Wird Sich Gegen Das Joch Zu Sträuben Ende von Erstes Buch 16 Erstes Buch 17 bis 23 Von Der Gnade An Den Kaiser Nero De Clemencia Von Lucius Aneus Seneca Übersetzt Von J. Moser Diese LibriVox Aufnahme Ist In Öffentlichem Besitz Erstes Buch 17 Kein Lebendes Wesen Ist Störrischer Keines Will Mit Mehr Kunst Behandelt Sein Als Der Mensch Keines Muss Mehr Geschont Werden Denn Was Ist Törichter Als Dass Man Sich Schämt An Zugvieh Und An Hunden Seinen Zorn Auszulassen Der Mensch Aber Unter Menschen Stehend Am Schlimmsten Daran Ist Krankheiten Heilen Wir Und Zirnen Nicht Aber Auch Hier Ist Ein Krankhafter Zustand Des Gemüts Und Der Will Eine Milde Arznei Und Einen Arzt Der Auf Den Kranken Nicht Böse Ist Die Hoffnung Aufgeben Dass Die Heilung Gelinge Verrät Nicht Den Besten Arzt So Muss Auch Bei Denen Deren Seele Nicht Im Gesunden Zustand Ist Derjenige Dem Das Heil Aller Anvertraut Ist Nicht Also Bald Die Hoffnung Weg Warfen Und Die Krankheits Erscheinungen Für Tödlich Erklären Er Kämpfe Gegen Die Gebrechen Und Leiste Widerstand Den Einen Sage Er Ins Gesicht Wo Es Ihnen Fehlt Die Andern Täusche Er Mit Sanfter Kur Wenn Er Sie Durch Unmerkliche Heilmittel Schneller Und Besser Heilen Kann Ein Fürst Sorgen Nicht Nur Für Die Rettung Sondern Auch Dass Keine Entstellende Narbe Zurück Bleibe Kein König Erwirbt Sich Ruhm Durch Hartes Verfahren Denn Wer Glaubt Denn Nicht Dass Es In Seiner Gewalt Liege Den Größten Ruhm Aber Gewinnt Er Dagegen Wenn Er Seine Kraft Schranken Hält Wenn Er Viele Dem Zorn Anderer Entreißt Keinen Seinem Eigenen Opfert 18 Die Herrschaft Über Sklaven Mit Mäßigung Auszuüben Gereicht Zum Lob Und Man Muss Bei Einem Sklaven Bedenken Nicht Wie Viel Man Ihm Ohne Rüge Antun Könne Sondern Wie Viel Die Natur Des Rechts Und Der Billigkeit Erlaube Die Auch Die Gefangenen Und Erkauften Schonend Zu Behandeln Gebeut Mit Wie Viel Mehr Recht Verlangt Sie Nun Das Freie Freige Borne Achtbare Menschen Nicht Wie Sklaven Behandelt Werden Sondern Als Solche Über Denen Du Eine Stufe Höher Stehst Und Die Dir Nicht Zur Knecht Schafft Sondern Zum Schutze Übergeben Sind Sklaven Dürfen Sich Zu Einer Bild Säule Flüchten Obwohl Gegen Einen Sklaven Alles Erlaubt Ist So Gibt Es Doch Etwas Was Durch Das Gemeinsame Recht Jedes Lebenden Wesens Als Gegen Einen Menschen Nicht Erlaubt Ausgesprochen Wird Weil Er Derselben Natur Ist Wie Du Wer Hasste Nicht Den Vedius Pollio Noch Ärger Als Seine Sklaven Ihn Hassten Weil Er Seine Moränen Mit Menschen Blut Mästete Und Die So Sich In Etwas Verfehlt Hatten In Das Behältnis Werfen Lies Das Im Grund Eine Schlangen Grube War O Des Tausend Tode Verdienenden Menschen Mochte Er Nun Seine Sklaven Den Moränen Vorwerfen Um Diese Für Seine Tafel Zu Haben Oder Mochte Er Sie Nur Zu Dem Zwecke Halten Um Sie Auf Diese Weise Zu Füttern Gleich Wie Man Schon Auf Grausame Hausherren In Der Ganzen Stadt Mit Fingern Zeigt Und Sie Hasst Und Verabscheut So Dehnt Sich Bei Königen Ihre Gewalt Tätigkeit Und Ihr Übler Ruf Noch Weiter Aus Und Der Hass Gegen Sie Pflanzt Sich Von Jahrhundert Zu Jahrhundert Fort Oh Lieber Nicht Geboren Sein Als Denen Beigezählt Werden Die Zum Unheile Der Welt Geboren Wurden 19 Es Wird Niemand Etwas Ausdenken Können Was Einem Herrscher Schöner Stünde Als Gnade In Welchem Maße Und Mit Welchen Rechten Er Nun Über Die Andern Gesetzt Sein Mag Gerade Umso Schöner Und Herrlicher Werden Wir Eingestehen Müsse Solches Sein In Je Höherer Macht Er Steht Welche Nicht Schädlich Wirken Muss Wenn Sie Nach Dem Natürlichen Rechte Gehandhabt Wird Denn Das Königtum Ist Ein Gebilde Der Natur Was Man Teils An Anderen Tieren Sehen Kann Teils Teils Bienen Deren König Die Geräumigste Zelle Hat Im Mittlern Sichersten Raume Zudem Ist Er Von Lasten Frei Während Er Von Den Andern Arbeit Verlangt Und Wenn Der König Verloren Ist Löst Sich Der Ganze Schwarm Auf Auch Leiden Sie Nie Mehr Als Einen Und Lassen Es Auf Einen Kampf Ankommen Wer Der Beste Sei Überdies Hat Der König Eine Ausgezeichnete Gestalt Nicht Wie Die Andern Sowohl In Hinsicht Der Größe Als Des Glanzes Doch Unterscheidet Er Sich Hauptsächlich Durch Letztern Sehr Zornig Und Wie Es Bei Solchem Körper Angehen Mag Sehr Streit Lustig Sind Die Bienen Der König Selbst Ist Ohne Stachel Die Natur Wollte Teils Nicht Dass Er Grausam Sei Teils Nicht Dass Er Eine Rache Nehme Die Inso Teuer Zustehen Käme Sie Hat Ihm Die Waffe Versagt Und Seinen Zorn Wehrlos Gelassen Ein Mächtiges Vorbild Für Große Könige So Pflegt Die Natur Ihren Willen Durchs Kleine Kund Zu Tun Und Für Große Dinge Gar Kleine Lehrmeister Aufzustellen Es Wurde Uns Nicht Zur Ehre Gereichen Wenn Wir Von Den Kleinen Geschöpfen Nichts Annehmen Wollten Da Da Der Mensch Sinn Umso Gemäßigter Sein Sollte Je Größer Der Schaden Ist Den Er Anrichtet Möchte Doch Auch Demselben Gesetze Der Mensch Unterworfen Sein Und Zugleich Mit Seiner Wehr Der Zorn Gebrechen Möchte Es Ihm Doch Nicht Möglich Sein Öfter Als Ein Einzig Mal Zu Schaden Und Nicht Fremde Kräfte Zu Werkzeugen Seines Hasses Zu Machen Leichter Wohl Würde Seine Wut Ermüdet Werden Wenn Er Sich Durch Sich Selbst Genug Tuung Verschaffen Müsste Und Mit Gefahr Seines Lebens Seine Volle Kraft Dazu Verwenden Würde Doch Auch So Wie Es Jetzt Ist Lässt Er Seiner Leidenschaft Nicht Ohne Gefahr Den Lauf Denn In Demselben Grade Muss Er Fürchten Als Er Gefürchtet Sein Will Und Allen Auf Die Hände Sehen Und Auch Zu Der Zeit Wo Man Ihm Nichts An Hat Denken Es Es Sei Etwas Gegen Ihn Im Werk Und Keinen Augenblick Darf Er Sich Der Besorgnis Überhoben Glauben Und Solch Ein Kümmerliches Leben Kann Ein Mensch Ertragen Während Es Nur Auf Ihn Ankäme Unschädlich Für Andere Und Deswegen Sorglos Das Das Segensvolle Recht Der Gewalt Zur Zufriedenheit Aller Zu Hand Haben Denn Man Irrt Wenn Man Meint Da Wo Nichts Vor Dem Könige Sicher Ist Sei Der König Sicher Durch Gegenseitige Sicherstellung Ist Ein Sicherer Zustand Bedingt Es Ist Nicht Nötig Hohe Burgen Zu Turmen Und Schwer Zu Ersteigende Hügel Zu Festnen Noch Bergseiten Abzugraben Und Sich Hinter Dreifache Türme Und Mauern Zu Verschanzen Auf Offener Fläche Wird Ein König Seine Gnade Sicherstellen Es Gibt Eine Einzige Feste Die Nicht Zu Erstürmen Ist Die Liebe Der Untertanen Was Ist Schöner Als Wenn Alle Wünschen Dass Er Lebe Und Das Flehen Für ihn Kein Gebotenes Ist Wenn Das Wanken Seiner Gesundheit Nicht Hoffnung Unter Dem Volk Erregt Sondern Besorgnis Wenn Einem Jeden Nichts So So Kostbar Ist Dass Er Es Nicht Für Das Leben Seines Gebieters Hingeben Möchte Und Jeder Alles Was Diesen Betrifft Wie Sein Eigengeschick Betrachtet Da Da Zeigt Sich Denn Was Er Durch Ununterbrochene Beweise Seiner Güte Dargetan Dass Nicht Der Staat Ihm Sondern Er Dem Staate Gehöre Wer Könnte Es Wagen Einem Solchen Gefahr Zu Bereiten Wer Sollte Nicht Wünschen Wo Es Möglich Wäre Auch Dem Schicksale Seinen Einfluss Zu Benehmen Auf Den Mann Unter Welchem Gerechtigkeit Friede Zucht Sicherheit Ehre Blüht Unter Dem Der Gesegnete Staat Reichen Vorrat An Allen Gütern Hat Und Mit Derselben Gesinnung Schaut Er Seinen Regenten An Wie Wir Wenn Die Unsterblichen Götter Uns Ihren Anblick Gestatteten Sie Mit Hoch Achtung Und Verehrung Anschauen Würden Und Wie Steht Ihnen Nicht Derjenige Am Nächsten Der Ein Göttlich Wesen In Seinem Benehmen Zeigt Segnend Wohltätig Und Für Die Edelsten Zwecke Mächtig Danach Danach Ziemt Ihmt Ihmt Zutrachten Darin Ihnen Nachzuahmen Dass Er Für Den Größten Gelte Indem Er Zugleich Für Den Gütigsten Gilt Zwanzig In Zwei Rücksichten Pflegt Ein Fürst Zu Strafen Wo Er Es Nämlich Sich Selbst Schuldig Ist Oder Einem Andern Zuerst Rede Ich Von Der Seite Die Ihn Selbst Berührt Es Ist Allerdings Schwerer Sich Da Zu Mäßigen Wo Man Die Rache Der eigenen Empfindlichkeit Als Wo Man Sie Des Beispiels Wegen Schuldig Ist Ich Brauche Hier Nicht Zu Erinnern Dass Er Die Sache Nicht Zu Leicht Nehmen Dass Er Der Wahrheit Auf Den Grund Kommen Der Unschuld Holt Und Dienstwillig Sein Und Nicht Vergessen Soll Dass An Dem Beteiligten Nicht Minder Gelegen Sei Als An Dem Richter Dies Ist Sache Der Gerechtigkeit Nicht Der Gnade Jetzt Legen Wir Ihm Ans Herz Dass Er Im Fall Er Offenbar Beleidigt Ist Sein Gemüt In Seiner Gewalt Haben Und Die Strafe Erlassen Soll Wo Es Ohne Gefahr Für Ihn Möglich Ist Im Anderen Falle Mildere Er Sie Und Sei Weit Er Zu Erweichen Wenn Er Selbst Als Wenn Andere Unrecht Erlitten Denn So Wie Nicht Derjenige Großmut Übt Der Mit Fremdem Eigentume Freigebig Ist Sondern Der Sich Selbst Entzieht Was Er Dem Anderen Schenkt So Heißt Mir Nicht Derjenige Gnädig Der Es Bei Dem Was Ein Anderer Litt Nicht So Genau Nimmt Sondern Der Welcher Nicht Auffährt Ob Ihn Schon Der Eigene Rache Sporn Antreibt Welcher Einsieht Das Sei Großmut Wenn Man Bei Der Höchsten Macht Unrecht Erträgt Und Ruhmvoller Sei Nichts Als Ein Fürst Der Ungestraft Beleidigt Wart Ein Und Zwanzig Die Rache Hat Zwei Zwecke Entweder Sie Gibt Dem Genugtuung Der Unrecht Litt Oder Sie Gewährt Ihm Sicherheit Für Die Zukunft Ein Fürst Steht Zu Hoch Als Dass Er Genugtuung Bedürfte Und Seine Macht Liegt Zu Sehr Am Tage Als Dass Er Durch Das Leiden Eines Andern Seine Gewalt Erst Ins Ansehen Zu Bringen Brauchte Dies gilt Für Den Fall Dass Er Von Geringern Angegriffen Und Beleidigt Worden Wäre Denn Wenn Er Die So Ihm Zu Einer Gewissen Zeit Gleich Waren Unter Sich Sieht So Ist Er Hin Länglich Gerecht Getötet Hat Einen König Wohl Auch Schon Ein Sklave Und Eine Schlange Und Ein Pfeil Und Am Leben Erhalten Niemand Der Nicht Größer War Als Der Gerettete Darum Muss Ein Gewaltiger Das So Hohe Geschenk Der Götter Ein Leben Zu Schenken Oder Zu Nehmen Mit Hohem Sinne Gebrauchen Hauptsächlich Solchen Gegenüber Von Denen Er Weiß Sie Seien Einmal Auf Einer Ähnlichen Höhe Gestanden Ist Dahin Gekommen Dass Er Darüber Entscheiden Kann So Ist Seine Rache Vollständig Und Er Hat Es So Weit Gebracht Als Es Für Die Eigentliche Strafe Genug War Denn Der Hat Das Leben Verloren Der Es Einem Andern Zu Verdanken Hat Und Wer Von Seiner Höhe Herab Gestürzt Wart Zu Des Gegners Füßen Und Den Urteil Spruch Eines Andern Über Thron Und Leben Zu Gewachten Hatte Der Lebt Seinem Retter Zum Ruhm Und Macht Unverletzt Erhalten Dessen Namen Größer Als Wenn Er Aus Dem Wege Geräumt Worden Wäre So Ist Er Ja Ein Ewig Schauspiel Von Der Größe Des Andern Im Triumphe Wäre Er Schnell Vorüber Gegangen War Es Aber Möglich Dass Ihm Auch Sein Thron Ohne Gefahr Gelassen Und Er Wieder An Die Stelle Gesetzt Werden Konnte Von Der Er Herab Gestürzt War Dann Steigt In Mächtigem Wachstume Der Ruhm Dessen Der Sich Damit Begnügte Von Einem Besiegten Könige Nichts Zu Nehmen Als Den Ruhm Das Heiße Ich Auch Über Seinen Sieg Den Triumph Feiern Da Erklärt Er Vor Der Welt Dass Er Bei Den Besiegten Nichts Gefunden Habe Das Des Siegers Würdig Wäre Mit Untertanen Und Leuten Ohne Namen Und Niedrige Ist Umso Mehr Gemäßigt Zu Verfahren Je Weniger Es Wert Hat Ihnen Wehe Getan Zu Haben Manche Magst Du Mit Liebe Schonen An Manchen Mag es Dir Zu Geringe Sein Rache Zu Nehmen Und Es Ist An Sie Eben So Wenig Hand Anzulegen Als An Kleine Tiere Die Den Verunreinigen Der Sie Zertritt Bei Denen Aber Auf Deren Rettung Oder Bestrafung Das Auge Der Ganzen Stadt Gerichtet Ist Ist Die Gelegenheit Zu Ergreifen Die Sich Dazu Darbietet Dass Man Deine Gnade Kennen Lerne Zweiundzwanzig Gehen wir zu dem Unrecht über das andere erlitten haben bei dessen Bestrafung hat das Gesetz drei Zwecke im Auge die auch der Fürst zu berücksichtigen hat entweder den so es straft zu bessern oder durch seine Bestrafung andere Besser zu machen oder durch hinwegschaffung der schlechten das leben der andern mehr zu sichern was sie selbst betrifft so wirst du sie eher bessern durch geringere strafen denn man wendet mehr sorgfalt auf das leben wenn man noch etwas hat das unverletzt ist Niemand sieht auf ehre wenn sie einmal dahin ist es ist eine art von freibrief wenn man nicht weiter bestraft werden kann die sitten des staates gewinnen mehr wo man mit strafen sparsam ist Macht ja doch die menge der fehlenden das fehlen so gewöhnlich und minder bedeutend ist die gerichtliche beschimpfung wenn ein ganzer schwarm von verurteilten Sie zu einer kleinigkeit macht und die strenge wenn sie gar nicht nachlässt verliert ihr heilsames das ansehen Es fordert ein Fürst Sittlichkeit im Staate und rottet Fehler aus wenn er mit denselben Geduld hat nicht als ob er sie billigte sondern weil er ungerne und zu seiner eigenen großen Plage zur Züchtigung schreite Gerade die Gnade des Herrschers macht dass man sich vor Übertretungen scheut viel gewichtiger erscheint die Strafe wenn sie von einem milden Manne verhängt wird 23. Überdies wirst du finden dass das häufig verübt wird was man häufig bestraft Dein Vater hat in fünf Jahren mehr Menschen Elternmörder in den ledernen Schlauch einnähen lassen als man in allen Jahrhunderten weiß Viel weniger wagten es Kinder den äußersten Frevel zu begehen solange es für dies Verbrechen kein Gesetz gab Mit hoher Klugheit wollten die größten und am tiefsten in die Menschennatur hineinblickenden Männer darüber als über eine gleichsam nicht glaubliche Freveltat und die gar nicht werde gewagt werden Lieber still schweigend hinweg gehen als durch ein Strafgesetz auf die Möglichkeit solchen Frevels aufmerksam zu machen Und so haben denn die Vatermörder erst mit dem Gesetz angefangen und die Strafe hat sie die Tat gelehrt Es stand aber sehr schlecht mit der kindlichen Liebe seitdem man mehr Lederschläuche als Kreuze sah Wo in einem Staate selten jemand bestraft wird da vereinigt sich alles zu einem unsträflichen Leben und hält darauf als auf ein gemeinsames Gut Es nehme ein Staat an, er sei unsträflich und er wird es sein Er wird auf die, so von der allgemeinen, verbreiteten Rechtlichkeit abfallen, mehr zürnen, wenn er sieht, es seien ihrer wenige Gefährlich ist's, glaube mir, dem Staat vor die Augen zu legen, wie groß die Mehrzahl der Schlechten sei Ende von 1. Buch 23 1. Buch 24 bis 26 Von der Gnade An den Kaiser Nero De Clemencia Von Lucius Aneus Seneca Übersetzt von J. Moser Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz 1. Buch 24 Es wurde einmal vom Senate der Vorschlag gemacht, dass die Sklaven sich von den Freien durch ihre Tracht unterscheiden sollten In der Folge sah man ein, was für eine Gefahr drohte, wenn unsere Sklaven anfingen, uns zu zählen Das Nämliche ist wohl auch zu befürchten, wenn keinem verziehen wird Da wird bald am Tage liegen, wie überwiegend der schlechtere Teil der Bürgerschaft sei Dem Fürsten gereichen viele Todesstrafen ebenso wenig zur Ehre, als dem Arzte viele Leichen Dem Gelindern Herrscher gehorcht man besser Das menschliche Gemüt ist von Natur widerspenstig und zum Verbotenen und Gefährlichen strebend und geht lieber selbst nach, als es sich ziehen lässt Und so wie treffliche und edle Pferde besser mit einem leichten Zügel gelenkt werden So geht freiwillig und aus eigenem Antriebe der Gnade ein unsträfliches Verhalten zur Seite Und die Bürger halten es für der Mühe wert, sich dieselbe zu bewahren Darum wird auf diesem Wege mehr ausgerichtet Grausamkeit ist ein gar nicht menschliches Übel und mit einer so milden Seele unverträglich Bestienwut ist's an Blut und Wunden, seine Lust zu finden Und den Menschen ausziehend, sich zu einem Tiere der Wälder umzuwandeln 25 Denn sage mir, Alexander, was ist's doch für ein Unterschied Ob du den Lysimachus dem Löwen vorwirfst Oder ob du ihn selbst mit deinen Zähnen zerreißest Ist's ja doch dein Mund, deine Tiernatur Oh, wie wünschtest du doch, dass lieber du die Klauen hättest Lieber du den Rachen, der weit genug ist, Menschen zu verschlingen Wir verlangen ja nicht von dir, dass diese Hand der vertrautesten Freunde Gewissestes Verdarben irgendeinem Segenreich werde Dass dies wilde Gemüt der Völker Verzehrendstes Übel ohne Blut und Mord gesättiget werde Es gilt bei dir schon für Gnade Wenn der Henker zu des Freundes Ermordung Nur aus der Zahl der Menschen gewählt wird Das ist der Grund, warum die Grausamkeit aufs Tiefste zu verabscheuen ist Dass sie die Grenzen überschreitet Vorerst die Gewohnten, dann die der Menschlichkeit Neue Todesstrafen sucht sie auf Zieht den Erfindungsgeist zu Rate Sinnet Werkzeuge aus, den Schmerz abwechselnd und gesteigert zu machen Und findet ihre Augenweide an der Menschen Unglück Als dann steigt jene grauenhafte Krankheit des Geistes bis zur äußersten Tollheit Wenn die Grausamkeit zur Wollust geworden ist Und man schon Freude daran findet, einen Menschen zu töten Einem solchen Manne folgt Zerstörung, Hass, Gift und Dolch auf dem Fuße nach Es dringen so viele Gefahren auf ihn ein Als er selbst vielen gefährlich ist Bisweilen wird er von den Anschlägen Einzelner Ein andermal aber von der allgemeinen Empörung umzingelt Wo das Verderben nicht allzu groß ist und nur Einzelne trifft Da stehen nicht ganze Städte auf Was aber weit umher zu wüten angefangen hat Und auf alle losgeht Darauf richten sich die Geschosse von allen Seiten Kleine Schlangen sind unmerklich Und man geht nicht scharenweise darauf aus Sie zu erlegen Wenn aber eine ungewöhnlich groß Und zu einem Ungetüm herangewachsen ist Wenn sie Quellen vergiftet Und mit ihrem Hauch alles Wo sie wandelt, versenkt und zerstört Da geht man ihr mit schwerem Wurfgeschütz zu Leibe Kleine Übel können täuschen und davonkommen Gegen große setzt man sich zur Wehre So bringt ein einziger Kranker Nicht einmal sein Haus in Lahm Aber wo durch häufige Todesfälle offenbar wird Dass die Pest da sei Da kommt die Stadt in Aufruhr und Flucht Und selbst an die Götter legt man Hand an Wenn in einem einzelnen Hause Feuer ausbricht So schleppt das Gesinde und die Nachbarschaft Wasser herbei Aber eine weit verbreitete Feuersbrunst zu tilgen Und die schon viele Häuser gefressen Wird ein ganzes Quartier der Stadt aufgeboten 26 an Privatpersonen Nehmen auch wohl Sklavenhände Rache Für Grausamkeit Bei unausbleiblicher Gefahr der Kreuzigung Gegen Tyrannenwut Um ihr ein Ende zu machen Stehen Nationen und Völkerschaften auf Mochte das Übel unter ihnen sein Oder ihnen auch nur bevorstehen Manchmal hat sich schon die eigene Leibwache Gegen sie erhoben Und Treulosigkeit und Frevel und Unmenschlichkeit Und was sie von ihnen gelernt hatte An ihnen selbst ausgeübt Denn was kann doch ein Mensch von demjenigen hoffen Den er schlecht zu sein gelehrt hat Die Schlechtigkeit leistet nicht lange ihre Dienste Und begeht nicht so viele Frevel Als man haben will Doch setze den Fall Die Grausamkeit habe keine Gefahr Von welcher Art ist ihr Regiment Nicht anders als der Zustand eroberter Städte Und der Schreckensanblick allgemeiner Furcht Alles ist niedergeschlagen Zaghaft verwirrt Selbst die Gedanken sind durch Furcht gehemmt Da geht man nicht sorglos an die Tafel Wo man auch in Nüchternheit die Zunge ängstlich bewahren muss Noch zum Schauspiel Aus welchem Stoff zu Beschuldigung und Gefahr gesucht wird Mag man es auch mit großem Aufwande veranstalten Und mit königlichem Reichtum Und durch gefeierte Künstlernamen Wen mögen Spiele im Kerker freuen? Ihr guten Götter Was ist das für ein elendes Leben? Morden, wüten An dem Geklirre der Ketten Lust haben Die Köpfe der Bürger abhauen Wohin man kommt Blutströme ergießen Und durch seinen Anblick in Schrecken und Flucht jagen Wär's denn anders, wenn Löwen und Bären regierten? Wenn Schlangen und allen verderblichsten Tieren Gewalt über uns eingeräumt würde? Jene vernunftlosen Geschöpfe Die um ihrer Grausamkeit willen Von uns verworfen sind Machen sich doch nicht an die ihrigen Und was sich gleich ist Ist sogar unter den wilden Tieren sicher Jene schonen in ihrer Wut Auch die Nächsten ihrer Angehörigen nicht Sondern es gilt ihnen gleich Fremdes oder eigenes Auf das sie umso geübter Von dem Mord an Einzelnen Zur Zernichtung ganzer Völker Übergehen können Feuerbrände in Häuser zu werfen Und über alte Städte den Flug gehen zu lassen Dünkt ihnen Macht Und den Befehl Zur Hinrichtung eines Oder des Andern zu geben Halten sie nicht für herrschermäßig genug Und wenn nicht zu derselben Zeit Eine ganze Schar von Elenden Ihren Streichen ausgesetzt dasteht Meinen sie, in ihrer Grausamkeit Beschränkt zu sein Das aber heiße ich Glückseligkeit Vielen Rettung gewähren Und vom Tode sie ins Leben zurückrufen Und die Bürgerkrone verdienen durch Gnade Kein Ehrenzeichen ziemt dem erhabenen Standpunkt Eines Fürsten besser Keines ist schöner Als jene Krone Für Erhaltung der Bürger Nicht feindliche Waffenrüstung Die eher den Besiegten ausgezogen Nicht blutbefleckte Streitwagen Barbarischer Völker Nicht im Krieg eroberte Ehrenbeute Das ist göttliche Macht In Masse und fürs Ganze Ein Retter zu sein Aber viele töten Und ohne Sonderung Das ist die Macht Der Feuerflamme Und des einstürzenden Hauses Ende von Erstes Buch Zweites Buch Eins bis Sieben Von der Gnade An den Kaiser Nero De Clemencia Von Lucius Aneus Seneca Übersetzt von J. Moser Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Zweites Buch Eins Das ich über die Gnade schrieb, Kaiser Nero Dazu bewog mich eine einzige Äußerung von dir Und es ist mir im Gedächtnisse Dass ich sie, als du sie tatest, schon nicht ohne Bewunderung hörte Und sie darauf anderen erzählte Ein edles, hochherziges und gar mildes Wort Das ohne Absicht Nicht auf das Zuhören von anderen berechnet Vom Augenblick eingegeben war Und deine mit deinem Stande ringende Herzensgüte geoffenbart hat Als dein Präfekt Burrus Ein trefflicher und dir Dem Fürsten Ganz befreundeter Mann Ausreißer bestrafen wollte Die man eingezogen hatte So verlangte er von dir Du solltest dich erklären Welche und aus welchem Grunde Du bestraft wissen wolltest Nachdem du dies oft hinausgeschoben Drang er darauf Dass einmal eine Entscheidung erfolgte Als er mit widerstrebendem Gefühle Dir das Papier, das du nicht annehmen wolltest Hinreichte und übergab Da riefst du aus Ich wollte, dass ich nicht schreiben könnte Oh, das Wort hätten alle Völker hören sollen Die im Römischen Reiche wohnen Und die in schwankender Freiheit Daran grenzen Und sich mit Macht oder in Gedanken Dagegen erheben Oh, das Wort sollte in eine Versammlung Der ganzen Menschheit gesendet werden Und Fürsten und Könige Sollten darauf ihre Eide ablegen Oh, ein Wort ganz passend Für jenen allgemeinen Schuldlosen Zustand Des Menschengeschlechts Dem jenes alte Goldene Zeitalter Wieder zurückgeführt werden sollte Nun wahrlich wäre es die rechte Zeit Dass alles sich für Billigkeit und Recht Schaffenheit vereinigte Und die Begier nach fremdem Eigentume Vertrieben würde Aus der jegliches Übel der Seele erwächst Dass frommer und redlicher Sinn Mit Treue und Bescheidenheit Im Bunde wieder auflebte Und die Laster Nachdem sie lange das Regiment geführt Endlich einem glücklichen Und veredelten Zeitalter Platz machten Zwei Dass es so kommen werde O Kaiser Möchte ich in mancher Rücksicht hoffen Und behaupten Übergehen wird diese Milde Deiner Gesinnung Und sich nach und nach verbreiten In den ganzen Körper des Reichs Und alles wird sich dir nachbilden Vom Haupt aus geht das Wohlbefinden Deshalb ist auch alles rührig und munter Oder in Schlaffheit abgespannt Je nachdem Das Belebende desselben kräftig ist Oder schlaff Und es werden die Bürger Es werden die Bundesgenossen Mit solcher Güte Nicht im Widerspruch stehen Und in das ganze Reich Wird Recht Schaffenheit zurückkehren Überall wird man die Hände Unentweit bewahren Lass mich hier Nun länger bei deinem Wesen verweilen Nicht, dass ich deinen Ohren schmeichle Es ist das gar nicht meine Art Lieber wollt ich durch Wahrheit anstoßen Als durch Schmeichelei gefällig werden Was will ich nun Außer dem Dass ich dich recht vertraut Wissen möchte mit dem Was du Edles getan und gesprochen Damit das Was jetzt Natur und Zug des Herzens ist Grundsatz werde Erwäge ich bei mir selbst Dass manches große Aber fluchwürdige Wort In die Welt ausgegangen Und im Munde des Volkes ist Wie jenes Lass sie hassen Wenn sie nur fürchten Und ein Sinn Verwandter griechischer Vers In welchem einer ausspricht Wenn er tot sei Möge die Erde sich Mit dem Feuer vermischen Und was sonst derart ist Und ich weiß nicht Warum nur fühllose Und verhasste Naturen So reichen Stoff finden Sich in kräftigen Und schlagenden Sprüchen Auszudrücken Noch nie habe ich Einen gewaltigen Spruch Aus dem Mund Eines Guten Und Gelinden vernommen Was willst du also sagen? Obwohl selten Ungern Und mit vielem Zögern Musst du doch einmal Das schreiben Was dir die Buchstaben Verhasst gemacht hat Aber wie du tust Mit vielem Zögern Unter mancherlei Aufschub 3 Damit uns aber nicht etwa Der gefällige Name Der Gnade täuschen Und wohl einmal auch Ganz irre führen möge So lass uns untersuchen Was Gnade heiße Und wie sie beschaffen sein Und was für Schranken Sie haben soll Gnade ist Mäßigung des Gemüts Wo man Macht hat Rache zu nehmen Oder Gelindigkeit Eines Höhern Gegen einen Niedrigern In Bestimmung von Strafen Es ist sicherer Mehr als eines anzugeben Es möchte nämlich Eine einzige Begriffsbestimmung Die Sache nicht genug umfassen Und Dass ich so sage Nicht bei der Rechtsformel bleiben Man kann daher auch sagen Gnade ist die Neigung Im Strafen milde zu sein Diese Begriffsbestimmung Milderung wird wohl Widerspruch finden Obgleich sie ziemlich richtig sein möchte Wenn wir behaupten Gnade sei Milderung Die von der verdienten Und verschuldeten Strafe Etwas nachlasse So wird man einwenden Das sei keine Tugend Wenn man irgendetwas Nicht ganz so tue Wie es sein sollte Allein es sieht Jedermann ein Das sei Gnade Wenn man nicht so weit geht Als man mit Recht Bestimmen könnte Ihr entgegengesetzt Denken sich die So es nicht verstehen Die Strenge Aber es kann nicht Eine Tugend Der Andern Entgegengesetzt Sein Vier Was ist nun Das Gegenteil Von Gnade Grausamkeit Welche nichts anderes ist Als Härte Im Strafen Aber manche Strafen Nicht und sind doch Grausam Zum Beispiel Diejenigen Welche Unbekannte Und ihnen In den Weg Kommende Menschen Nicht eines Vorteils Sondern des Mordens Halber Morden Und nicht zufrieden Mit dem Morden Üben sie Noch daneben Grausamkeiten aus Wie jener Sinis Und Prokrustes Und die Seeräuber Welche die Gefangenen Schlagen Und lebendig Ins Feuer legen Dies ist nun Zwar Grausamkeit Aber weil es Ihr Weder um Rache Zu tun ist Denn sie ist Ja nicht Folge einer Beleidigung Noch sie Über irgendeinen Frevel Zürnt Denn es ist Kein Verbrechen Vorausgegangen So geht sie Über unsere Bestimmung Des Begriffs Hinaus Nach welcher Jene Ein Mangel An mäßigung Im Strafen Sein sollte Man kann sagen Das sei Nicht Grausamkeit Sondern tierische Wildheit Der Das Wüten Eine Lust Ist Man könnte Es Wahnsinn Nennen Denn davon Gibt es Verschiedene Arten Und keine Gehört Gewisser Dazu Als die So ans Morden Und Zerfleischen Der Menschen Geht Grausam Möchte ich Daher Diejenigen Nennen Die zwar Einen Grund Zum Strafen Aber kein Maß Darin Haben Wie das Bei Phalaris War Von dem Es heißt Er habe Zwar Nicht Gegen Unschuldige Aber Auf eine Unmenschliche Und Nicht Zu billigende Weise Seinen Grausamen Sinn Ausgelassen Den Spitz Fündigkeiten Auszuweichen Kann man Den Begriff Auch so Bestimmen Grausamkeit Sei eine Hinneigung Des Gemüts Zu Härtern Maßregeln Davon Ist Die Gnade Himmelweit Entfernt Wiewohl Sich Offenbar Strenge Mit Ihr Ganz Gut Verträgt Hier Ist Der Ort Sich Darüber Zu Verständigen Was Weichherzigkeit Sei Die Meisten Nämlich Preisen Sie Als Eine Tugend Und Nennen Den Weichherzigen Einen Guten Menschen Allein Es Ist Dies Eine Schwäche Des Gemüts Es 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 ist Bei Der Strenge Wie Bei Der Gnade Etwas Das Wir Vermeiden Müssen Auf Der Einen Seite Dass Wir Nicht Unter Dem Scheine Der Strenge In In Grausamkeit Auf Der Anderen Dass Wir Nicht Unter Dem Scheine Der Gnade In Weichherzigkeit Verfallen Im Letztern Falle Ist Die Verirrung Minder Gefährlich Aber So Oder So Irrtum Ist Einmal Wenn Man Vom Rechten Weg Abweicht 5 Darum Gleich Wie Frömmersinn Die Götter Ehrt Aber Glaube Sie Schändet So Werden Gnade Und Sanft Mut Alle Guten Beobachten Weichherzigkeit Aber Vermeiden Denn Sie Ist Ein Gebrechen Einer Kleinlichen Seele Die Bei Dem Anblicke Fremder Leiden Mutlos Wird Darum Ist Sie Den Feigsten Gesellen Am Meisten Eigen Es Sind Alte Schwache Weiblein Die Von Den Tränen Der Schuldigsten Gerührt Werden Und Wenn Sie Könnten Den Kerker Aufbrechen Die Weichherzigkeit Sieht Nicht Auf Den Grund Der Sache Sondern Auf Den Zustand Die Gnade Hält Sich An Vernunft Ich Weiß Wohl Dass Die Schule Der Stoiker Bei Den Unkundigen In Dem Übeln Rufe Steht Als Sei Allzu Hart Und Gebe Namentlich Fürsten Und Königen Nicht Den Besten Rat Man Wirft Ihr Nämlich Vor Dass Sie Behauptet Der Weise Habe Kein Mitleiden Behauptet Er Verzeihe Nicht Wenn Dies So Für Sich Ausgesprochen Wird Lautet Es Verhasst Denn Es Kommt Heraus Als Ließe Es Menschlichen Verirrungen Keine Hoffnung Übrig Sondern Zöge Alle Vergehungen Zur Strafe Ist Dem Also Warum Sollte Dann Eine Weisheit Nicht Verhasst Sein Die Da Will Dass Man Mensch Zu Sein Verlarne Und Die Den Hafen Verschließen Will Auf Den Man Sich Für Hilfreiches Entgegenkommen Gegen Das Geschick Noch Einzig Verlassen Könnte Allein Es Ist Keine Schule Gütiger Milder Keine Menschen Freundlicher Und Mehr Auf Das Gemeine Beste Bedacht So Dass Sie Recht Eigentlich Darauf Aus Geht Dienstfertig Und Hilfreich Zu Sein Und Nicht Nur Für Sich Sondern Für Alle Und Für Jeden Einzelnen Zu Sorgen Weichherzigkeit Ist Eine Verstimmung Der Seele Beim Anblicke Fremden Elends Oder Eine Traurigkeit Durch Fremdes Leiden Verursacht Von Dem Man Glaubt Es Treffe Einen Ohne Sein Verschulden Verstimmung Aber Kommt Bei dem Weisen Nicht Vor Seine Seele Ist Heiter Und Es Kann Nichts Eintreten Was Sie Umwölkte Und Nichts Ist So Ehrenvoll Als Eine Große Seele Sie Kann Aber Nicht Groß Sein Wenn Furcht Und Kummer Sie Zerschlägt Und Den Sinn Umdüstert Und Einengt Das Wird Dem Weisen Nicht Einmal Bei Seinen Eigenen Unglücksfällen Begegnen Sondern Er Wird Jede Bitterkeit Des Geschicks Zurückschlagen Und Vor Sich Zerbrechen Er Wird Immer Dasselbe Ruhige Unerschütterte Antlitz Behalten Das Wäre Nicht Möglich Wenn Er Traurigkeit Über Sich Kommen Ließe Bedenke Dazu Dass Der Weise Vorwärts Schaut Und Um Rat Nicht Verlegen Ist Aus Trübem Grunde Kommt Wohl Aber Nie Etwas Klares Und Reines Die Traurigkeit Freilich Ist Unfähig Die Umstände Zu Erwägen Das Zweck Mäßige Auszusinnen Das Gefährliche Zu Vermeiden Über Das Rechte Zu Entscheiden Er Ist Also Nicht Mitleidig Weil Das Auch Nicht Angeht Ohne Ein Leiden Der Seele Sonst Wird Er Aber Alles Was Die Mitleidigen Zu Tun Pflegen Auch Mit Freuden Tun Und Mit Ganz Anderer Gemüts Stimmung Als Sie 6 Abhelfen Wird Er Den Tränen Anderer Nicht Die Seinen Damit Vereinigen Die Hand Geben Wird Er Den Schiff Brüchigen Herberge Dem Vertriebenen Sein Scharflein Dem Dürftigen Nicht Jenes Schmähliche Wodurch Die Mehrzahl Derer Die Da Barmherzig Scheinen Wollen Den Unterstützten Mit Ekel Von Sich Weist Und Seine Berührung Scheuet Sondern Geben Wird Er Als Ein Mensch Dem Menschen Vom Gemeingute Den Tränen Der Mutter Wird Er Den Sohn Schenken Und Seine Ketten Lösen Lassen Und ihn Vom Tier Gefechte Befreien Und Auch Den Leichnam Eines Schuldigen Begraben Aber Er Wird Dies Tun Mit Ruhigem Gemüte Mit Unveränderter Miene So Wird Der Weise Nicht Nicht Weichherzig Sein Aber Hilfreich Dienstwillig Geschaffen Zur Stütze Für Alle Und Für Das Allgemeine Wohl Daran Er Einem Güte Er 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 Denen Aber Die Vom Schicksale Geschlagen Sind Und Im Leiden Einen Kräftigen Sinn Bewähren Wird Er Mit Mehr Lust Beispringen Wo es Möglich Ist Wird Er Den Vermittler Gegen Das Missgeschick Machen Denn Wo Wird Er Lieber Seine Güter Oder Seine Macht Anwenden Als Wo Die Schläge Des Zufalls Wieder Gut Zu Machen Sind Seinen Blick Wird Es Einmal Nicht Niederschlagen Noch Auch Sein Gemüt Wenn Ein Mitbürger Abgezehrten Zerlumpten Magern Aussehens Betteln Geht Oder Ein Greis Am Stabe Schleicht Übrigens Wird Er Jedem Würdigen Dienen Und Auf Die Elenden Nach Der Götter Weise Mit Huld Hinschauen Mit Leiden Ist Nicht Weit Vom Leiden Es Nimmt Und Zieht Etwas Davon An Sich Du Weißt Wohl Es Sind Schwache Augen Die Sich Bei Dem Triefen Andrer Selbst Mit Tränen Füllen Wahrlich Ebenso Wie es Eine Krankheit Ist Nicht Heiterkeit Wenn man Mit dem Lachenden Immer Mit Lacht Und Wo Alle Gähnen Selbst Selbst Auch Den Mund Aufreißt Weichherzigkeit Ist Eine Schwäche Der Seelen Die Für Leidende Allzu Sehr Eingenommen Sind Wenn Man Dieselbe Daher Dem Weisen Zumutet So Fehlt Nicht Viel Dass Man Von Ihm Auch Jammerklage Verlangte Und Ein Schluchzen Bei Leichen Die Ihn Nichts Angehen Sieben Nun Will Ich Aber Erklären Warum Er Nicht Verzeiht Wir Wollen Jetzt Auch Fest Setzen Was Verzeihung Sei Damit Wir Uns Überzeugen Sie Dürfe Von Dem Weisen Nicht Erteilt Werden Verzeihung Ist Erlassung Verdienter Strafe Warum Der Weise Sich Dazu Nicht Verstehen Dürfe Darauf Lassen Sich Diejenigen Umständlicher Ein Die Das Sich Zum Zwecke Gemacht Haben Um Darüber Kurz Zu Sein Weil Es Eigentlich Nicht Meine Sache Ist Sage Ich Nur Verziehen Wird Einem Der Gestraft Werden Sollte Der Weise Aber Tut Nichts Was Er Nicht Soll Und Unterlässt Nichts Was Er Tun Soll Darum Schenkt Er Die Strafe Nicht Die Er Auszuüben Verpflichtet Ist Sondern Was Nach Deinem Wunsche Durch Verzeihung Erzweckt Werden Soll Lässt Er Dir Auf Einem Ehrenvollen Wege Zukommen Nämlich Der Weise Schont Berät Und Bessert Er Handelt Gerade So Als Ob Er Verzeihen Würde Aber Er Verzeiht Doch Nicht Denn Derjenige Welcher Verzeiht Gesteht Ein Er Habe Etwas Unterlassen Was Hätte Geschehen Sollen Den Einen Wird Er Nur Mit Worten Warnen Nicht Mit Strafe Belegen Indem Er Sein Besserungsfähiges Alter In Betracht Nimmt Bei Einem Andern Der Offenbar Ein Verhasstes Verbrechen Auf Sich Hat Wird Er Sagen Es Soll Ihm Nichts Geschehen Weil Er Im Irrtum Handelte Oder In Der Vertrunkenheit Fehlte Feinde Wird Er Unverletzt Manchmal Sogar Mit Lob Entlassen Wenn Sie In Ehrlicher Fede Dem Gegebenen Worte Dem Bunde Der Freiheit Zulieb In Den Krieg Gezogen Sind Das Alles Sind Erweisungen Nicht Von Verzeihung Sondern Von Gnade Gnade Hat freien Willen Sie Urteilt Nicht Nach Rechtsformeln Sondern Nach Billigkeit Und Güte Sowohl Frei Zu Sprechen Steht Ihr Zu Als Wie hoch Sie will Strafe Anzusetzen Nichts Was sie Hierin Tut Ist So Als Ob sie Weniger Täte Als Gerecht Ist Sondern In Der Ansicht Dass Das Was Sie Bestimmt Das Gerechteste Sei Verzeihen Aber Heißt Dass Jenige Nicht Strafen Was Man Für Strafenswert Erkennt Verzeihung Ist Erlassung Verschuldeter Strafe Die Gnade Stellt Sich Vor Allem Darin Sicher Dass Sie Erklärt Es Wäre Nicht Recht Gewesen Wenn Denen So Sie Freilässt Etwas Anderes Geschehen Wäre Sie Ist Also Vollständiger Als Die Verzeihung Und Rechtlicher Es Ist Nach meiner Ansicht Hier Ein Streit Um Worte In Der Sache Selbst Sind Wir Eins Der Weise Wird Vieles Erlassen Viele Von Nicht Gesunder Aber Heilungsfähiger Gemütsart Wird Er Erhalten Guten Landwirten Wird Er Es Nachmachen Die Nicht Nur Gerade Und Schlanke Bäume Aufziehen Sondern Auch Denen Die Irgendein Umstand Verkrüppelt Hat Stützen Geben Um Sie Gerade Zu Machen Die Einen Beschneiden Sie Damit Die Äste Dem Schlanken Wuchse Keinen Eintrag Tun Den Andern Die Wegen Schlechter Lage Nicht Gedeihen Wollten Geben Sie Nah Haften Boden Wieder Andern Die Unter Fremdem Schatten Verkümmerten Machen Sie Licht Und Luft Frei Dem Gemäß Wird Der Vollendete Weise Darauf Achten Auf Was Art Und Weise Diese Oder Jene Gemütsart Zu Behandeln Sei Und Wie das Krüppelhafte Zurecht Gebogen Werde Hier Brechen Die Manuskripte Ab Von Zweites Buch Ende Von Der Gnade An Den Kaiser Nero De Clementia Von Lucius Aneus Seneca Übersetzt Von J. Moser Von Seneca